Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 130 vom 15. Februar 2019. Wir reisen etwas zurück in der Zeit, letztes Mal waren wir schon im März, jetzt sind wir wieder im Februar. Ganz herzlich willkommen zu unserem wirklichen Rückblick auf die Woche, auf das politische Geschehen in der Welt und hierzulande, so es uns denn interessiert und wir es für relevant halten. Wir waren im Fieber. Wir waren im Fieber, das stimmt, wir waren im Lage Fieber. Der Zeit voraus. Mein Name ist Philipp Banzi, ich bin Journalist und mir gegenüber, wir sitzen uns wieder gegenüber, dieses Mal ist Ulf Bohrmeier. Ja, hallo, genau, ich bin Ulf Bohrmeier, Jurist und mit großer Freude dabei bei der Lage der Nation. Ihr könnt es übrigens auch sein, live am 9. März in Berlin. Wir haben noch die letzten 5% der Tickets für das Haus der Kultur und der Welt. Handvoll Tickets, wirklich nur noch ein ganz paar auf lage.live, lage.live, wenn ihr euch da reinklicken wollt. Freuen wir uns sehr, euch zu sehen am 9. März hier in Berlin. Und damit ihr natürlich nichts verpasst, haben wir auch ein Lage Newsletter, Philipp. Genau, unter lagedearnation.org-newsletter. Wie gesagt, da kriegt ihr dann so das eine oder andere Announcement, aber vor allen Dingen eben die ganzen Links, die wir hier unter der Woche zusammensammeln, unsere sogenannten Shownotes, die auch in der Podcast App zu finden sind. Aber eben auch in diesem Newsletter und vor allen Dingen könnt ihr diesen Newsletter problemlos weiterschicken an Freunde und Verwandte, die die Lage vielleicht noch nicht kennen. Da drin gibt es einen Button, auf den kann man auf dem Smartphone, sei es Android oder Apple, einfach draufklicken und wups, öffnet sich die App, mit der man die Lage abonnieren kann. Gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten, aber das ist schon eine sehr einfache Möglichkeit, die Lage zu sharen und zu abonnieren. Genau, und damit kommen wir zu unserem Thema der Woche. In München regiert jetzt die GSU, die Grünsoziale Union, Philipp. Na, nicht ganz, nicht wirklich. Aber viele Menschen in Bayern wollen die Bienen retten und plötzlich entdeckt auch die CSU sich selbst als Ökopartei wieder und hat ein neues Öko-Thema sich auf die Fahnen geschrieben. Sie wollen nämlich noch ökologischer werden als die Bienenretter. Und mehr zu diesem Volksbegehren zum Schutz der Bienen und zu vielen anderen spannenden Themen der Woche nach einer kleinen Unterbrechung. Werbung. Jetzt im Februar, da bekommen viele von euch ja ihre Lohnsteuerbescheinigungen vom Arbeitgeber zurück. Aber nicht immer hat man Lust oder hat Zeit, die eigene Steuererklärung zu erledigen. Und viele sagen dann, lass deine Steuer doch machen. Aber keine Sorge, für eine normale Einkommenssteuererklärung braucht ihr keinen teuren Steuerberater. Dafür gibt es nämlich seit über 45 Jahren die Vereinigte Lohnsteuerhilfe, die VLH. Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein mit einer Million Mitgliedern und 3000 Beratungsstellen und Beratern in eurer Nähe. Die machen euch eure Steuererklärung und zwar ohne, dass ihr arm werdet. Denn die Kosten hängen vom Einkommen ab und ihr müsst nur Mitglied werden. Die Aufnahmegebühr von 10 Euro wird Lagehörern und Hörerinnen erlassen, wenn ihr bis zum 31.12., also bis zum Ende des Jahres, Mitglied werdet. Mit dem Stichwort Podcast. Alle Details und wie ihr Mitglied werdet unter vlh.de Werbung Ja und da geht es dann auch gleich weiter mit unserem ersten Thema, nämlich dem Insektensterben und dem Volksbegehren Artenvielfalt rettet die Bienen. Das ist natürlich mein Lieblingsthema. Ich bin großer Bienenfan. Wie jeder weiß, dass Küchenradio dieses Uraltformat gehört hat, was ich mal mit drei anderen Freunden gemacht habe. Gibt es immer noch. Aber da gibt es halt ein, zwei, drei Bienenfolgen und dazu später mehr. Hier sind übrigens großes Kino, die Bienenfolgen. Habe ich mich gleich in Philipp verliebt. Da fing alles an, meinst du? Ja, da fing alles an. Also ich bin ein bisschen zusammengezuckt, kann man sagen, als ich diese Woche einen Artikel im Guardian gelesen habe, der so das Bigger Picture für das dann folgende Thema für uns hier mal aufmacht. Nämlich der Guardian hat über eine Studie berichtet. Beides, den Guardian Artikel und die Studie, die findet ihr in den Shownotes beziehungsweise den Link dazu. Und diese Studie ist zu dem Schluss gekommen, dass Insekten in 100 Jahren ausgestorben sein werden. Komplett, wenn das Sterben so weitergeht in der Geschwindigkeit wie bisher. Und zwar nicht irgendwie nur eine Insektenart oder zwei oder drei, sondern Insekten komplett in 100 Jahren weg. Und da sagen die Forscher, droht dann ein katastrophaler Kollaps des gesamten Ökosystems. Und mehr als 40 Prozent der Insekten, die gehen jetzt schon zurück, also die Population, 30 Prozent der Insekten sind gefährdet. Heute schon vom Aussterben gefährdet. Heute schon vom Aussterben gefährdet. Und die Geschwindigkeit, die ist achtmal höher als bei Säugetieren, Vögel und Reptilien. Also die Geschwindigkeit des Sterbens. Das ist ja interessant. Ich hätte gedacht, Insekten sind einfach wahnsinnig widerstandsfähige Tiere. Genau, würde man denken. Und die sind ja einfach überall und nerven ja manchmal auch. Da kommt man ja auch nicht drum rum. Aber offensichtlich ist es halt so, dass es auch nicht so auffällt. Die sind halt klein und nicht so präsent. Aber deswegen fand ich das ja so besorgniserregend, weil man sich ja schon vorstellen kann, dass wenn die komplett weg sind, wirklich nicht mehr so richtig viel funktioniert, was Bestäubung, Nahrung, Fortpflanzung etc. angeht. Und woran liegt das, dass die so gefährdet sind? Warum sterben die aus? Also die Forscher sagen, zwei Hauptgründe. Das eine ist intensive Landwirtschaft, vor allen Dingen Nutzung von Pestiziden. Das sind sogenannte Pflanzenschutzmittel. Genau, die dann aber eben häufig gegen Insekten eingesetzt werden. Dann Verstädterung und Klimawandel. Das sind so die beiden anderen großen Hauptpunkte. Also einfach, dass Insekten aktiv bekämpft werden und in B die Lebensräume genommen werden, um sich fortzupflanzen und zu leben. Also Verstädterung bedeutet auf Deutsch, dass bislang eine grüne Wiese zugekleistert wird mit 20 schönen Einfamilienhäusern. Das wäre ein Beispiel dafür. Und dann können da eben einfach natürlich keine Pflanzen mehr wachsen und es gibt auch keine Rückzugsräume mehr für Insekten. Kann man sich vorstellen. Und der Eingriff ins Ökosystem, ich meine klar, ich bin jetzt auch kein Biologe, aber das kann man sich schon leicht vorstellen. Wir kennen alle die Rolle von Insekten bei der Bestäubung von Blüten, Fortpflanzung von Pflanzen generell. Vor allem die Biene. Vor allen Dingen die Biene, aber auch andere Insekten. Dann natürlich Nahrungskette etc. pp. Also in das Insekten ein fundamental integraler Bestandteil des weltweiten Ökosystems sind. Das denke ich ist klar und wenn die vom Aussterben bedroht sind, ist das sicherlich ein Problem. Ein riesiges Problem. Aber zumindest in Deutschland, man glaubt es kaum. Es gibt Hoffnung aus Bayern. Ausgerechnet aus Bayern. Da hat nämlich diese Woche das Volksbegehren Attenvielfalt rettet die Bienen erfolgreich, sagen wir mal, zumindest die erste große Hürde genommen. Es haben nämlich 1,7 Millionen, über 1,7 Millionen Menschen dieses Volksbegehren unterzeichnet für ein besseres Naturschutzgesetz in Bayern. Das sind über 18 Prozent der Wahlberechtigten. Ein riesiger Erfolg, mehr als erwartet. Und im Kern war also dieses Volksbegehren ein Gesetzentwurf, der vorsieht also das Bayerische Naturschutzgesetz zu ändern. Bevor wir da auf die inhaltlichen Details eingehen, was den Initiatoren und Initiatoren davor schwebt, kurz wie immer so ein Blick auf den Zeitplan, weil das natürlich erst ein erster Schritt ist und noch gilt dieses Gesetz nicht. Genau, das haben wir uns ja so ein bisschen vorgenommen in der Lage, dass wir immer so ein bisschen einsortieren. Ist das jetzt eine ganz frühe Idee? Ist das ein erster Entwurf? Ist das zum Beispiel ein Kabinettsbeschluss? Ist das jetzt schon vom Parlament beschlossen und quasi auf dem direkten Weg ins zum Beispiel Bundesgesetzblatt? Und soweit sind wir jetzt in Bayern noch nicht, Philipp. Das ist erstmal der erste Schritt. Ich meine fast 20 Prozent der Menschen in Bayern haben oder der Wahlberechtigten in Bayern haben unterschrieben. Das finde ich sehr bemerkenswert, wirklich. Also wenn man sich überlegt, die Wahlbeteiligung bei einer Wahl liegt normalerweise irgendwo so zwischen 60 und 80 Prozent, so grob. Und dass jetzt etwa ein Viertel davon sich einfach auf den Weg gemacht hat, irgendwie innerhalb einer bestimmten Zeitspanne ins Amt, um dann zu unterschreiben, das finde ich schon großartig. Und das zeigt halt einfach, dass die Menschen in Bayern ganz offensichtlich ein großes Interesse haben, hier ihre Stimme hörbar zu machen. Absolut. Also das ist wie gesagt die erste Stufe. Also Volksbegehren kann ein Volksentscheid werden, also wo dann sozusagen, dass alle Wahlberechtigten in Bayern auch über dann ein Gesetz wirklich abstimmen. Aber so weit ist es eben noch nicht. Das muss auch nicht kommen. Also es sind noch einige Zwischenschritte nötig. Erstmal muss das amtliche Endergebnis bekannt gewesen, das wird wahrscheinlich am 14. März passieren. Dann hat Markus Söder, der Ministerpräsident in Bayern, vier Wochen Zeit, sag mal zu einer Stellungnahme, um der Staatsregierung und dem Landtag sozusagen mitzuteilen, dieses Endergebnis. Dann hat der Landtag drei Monate Zeit, sich mit diesem Volksbegehren und einem eventuellen Alternativvorschlag der Staatsregierung zu befassen. Und dann sind sozusagen drei Szenarien möglich. Erstens, der Landtag stimmt diesem Gesetzentwurf zu, den das Volksbegehren vorgelegt hat. Das ist unwahrscheinlich, aber wäre möglich. Dann kommt es nämlich nicht zum Volksentscheid, sondern dann gilt. Klar, dann ist es ja schon beschlossen. Dann ist es beschlossen. Die zweite Szenario ist, der Landtag, und das ist wahrscheinlicher, stimmt diesem Gesetzentwurf nicht zu. Dann kommt es zum Volksentscheid. Alle Wahlberechtigten in Bayern können eben abstimmen. Der Landtag kann aber einen eigenen Gesetzentwurf erarbeiten und diesen sozusagen als Alternative zu dem jetzt im Rahmen dieses Volksbegehren vorgelegten Gesetzentwurf auch mit zur Abstimmung geben. Und dann gibt es halt immer noch die Sache, die Option, da weiß ich nicht genau, wie wahrscheinlich die ist, dass der Landtag die Rechtsgültigkeit des Volksbegehrens, was jetzt stattgefunden hat, bestreiten kann. Da muss dann der Bayerische Verfassungsgerichtshof gucken, ist das denn jetzt rechtsgültig oder nicht. Wenn nicht, dann findet es gar nicht statt. Wenn er sagt, ist rechtsgültig, dann findet das statt. Das, denke ich, ist aber gerade keine Option, dass das wirklich ernsthaft in Betracht gezogen wird. Sollte man vielleicht ganz kurz dazu sagen, warum denn eigentlich nicht? Also natürlich könnte grundsätzlich der Landtag das schon tun. Das ist eben eine verfassungsrechtliche Möglichkeit. Das ist nur politisch ganz, ganz schwer, weil es natürlich immer so ein bisschen nach einem bösen Faul aussieht. Selbst wenn da juristisch möglicherweise Fragen offen wären, das will ich in diesem Fall gar nicht behaupten, aber wenn da juristisch Fragen offen wären, sieht es halt einfach immer so ein bisschen nach bösem Faul aus, wenn man dann darüber eben gerade nicht entscheidet in der Sache, sondern wenn man das Ganze dem Verfassungsgerichtshof vorlegt, weil man dann leicht den Eindruck erweckt, dass man die Entscheidung des Volkes scheut. Das wirkt so ein bisschen wie eine Flucht vor der Verantwortung als Gesetzgeber, aber auch eine Flucht vor dem Votum der Wählerinnen und Wähler und hat so ein bisschen was von Mimimi. Insofern, glaube ich, ist das politisch jedenfalls keine Option, auch wenn es verfassungsrechtlich denkbar ist. Genau. Und der wahrscheinlichste Szenario ist also, dass die Bayerische Staatsregierung jetzt noch einen alternativen Gesetzentwurf oder vielleicht einen, sagen wir mal, auf den sich alle Einigungen entwirft und dass dann der Bayerische Landtag darüber abstimmen muss. Und spätestens drei Monate danach gibt es dann also eine Volksabstimmung. Das wird dann spätestens im Oktober der Fall sein. Und bevor wir jetzt sozusagen darüber reden, müssen wir natürlich mal gucken, was hat denn dieses Volksbegehren jetzt für einen Gesetzentwurf vorgelegt. Wie gesagt, es ist ein Änderungsantrag mehr oder weniger eines bestehenden Gesetzes, aber es gibt sozusagen ein paar Kernelemente. Das eine Kapitel sind grobe Ziele für die Landesregierung, also Sachen, die die Landesregierung umsetzen muss und da ist ganz wichtig, Bayern soll die Ökolandwirtschaft stärken und zwar sollen sie bis 2030, also in den nächsten knapp zehn Jahren, 30 Prozent der Landwirtschaft ausmachen. Also ein Drittel soll ökologische Landwirtschaft sein. Und das in einem Land, das ja doch sehr stark nach wie vor von agrar genutzten Flächen dominiert wird, wie Bayern eben. Bayern ist bekanntlich wirtschaftlich relativ stark, aber es gibt eben weite Flächen, die tatsächlich auch landwirtschaftlich genutzt werden. Es ist jetzt wahrlich kein großes Industriegebiet, insofern hat das, denke ich, noch eine ganz große Auswirkung auch auf die Politik des Freistaats. Genau, das steht auch im Koalitionsvertrag, dass sie die Ökolandwirtschaft steigern wollen, allerdings glaube ich nicht in diesem Tempo wie dort verlangt. Dann, und das ist der zweite wichtige Punkt, soll es einen Biotopverbund geben, der bis 2027, also in nicht mal zehn Jahren, wenigstens 13 Prozent des Agrarlandes, also nicht der Fläche Bayerns, sondern des Agrarlandes umfassen soll. 13 Prozent ist eine Menge, wo dann halt Landwirte sagen müssen, hier ist ein Biotop, hier mache ich keinen Ackerbau, da werden sie natürlich für entschädigt werden, aber das ist sozusagen die Idee, dass man den Insekten wieder Brut und Lebensraum zurückgibt. Und dann gibt es aber auch ein paar Vorgaben, die direkt die Bauern betreffen würden, zum Beispiel sollen Feldgehölze, Hecken, Säume und andere Lebensräume von Wildtieren und Pflanzen erhalten werden, da sind dann Ausnahmen möglich so. Es soll aber auch ein Verbot zum Beispiel geben, Wiesen nach dem 15. März zu walzen, also in Bayern werden immer noch Wiesen gewalzt nach dem 15. März, wo viele Bodenbrüter zugange sind. Das heißt, dann gibt es ein kleines Vogelnest und da rollt dann die Walze drüber und dann sind die wieder Platz. Dann war es das. Auch davon soll es laut diesem Gesetz ein Vorschlag Ausnahmen geben können, aber das sind natürlich konkrete Vorgaben, die den Landwirten gemacht werden, Einschränkungen, die den Landwirten vorgegeben werden. Und auch der Pestizideinsatz, also das, was ich am Anfang gesagt habe, also Giftspritzen soll auch in der konventionellen Landwirtschaft eingeschränkt werden. Also nicht nur in der ökologischen, sondern auch in der konventionellen sollen weniger Giftspritzen eingesetzt werden. Dann sollen Uferrandstreifen geschützt werden, fünf Meter breite Streifen entlang von Gewässern, auf denen Ackerbau eben verboten sein soll. Das gilt in allen anderen Bundesländern schon. Da ist das Pflicht, da darf nicht geackert werden so nah an Gewässern. Nur in Bayern dürfen das die Bauern? Natürlich, kurz mal drüber nachdenken, warum ist das nötig? Na, weil es natürlich ganz viele Tiere gibt, die in diesem Uferrandstreifen leben. Also Wasservögel, aber auch alle möglichen Amphibien zum Beispiel oder Reptilien, die in diesem Streifen leben, brüten, ihre Nester bauen, weiß der Himmel, ihre Höhlen bauen. Und die wollen natürlich möglichst in Ruhe leben können. Und wenn dann aber bis an die Kante des Gewässers der Baum mit seiner Sense kommt, dann ist es eben einfach schlecht, da drin zu leben und zu brüten. Kann man sich vorstellen. Genau. Und Bauern, die dann halt darauf verzichten, die sollen dann vom Freistaat Geld bekommen. Der Umweltminister, der Bayerische, der hat auch schon gesignalisiert, dass in einem jetzt zu arbeiten Alternativgesetz die Staatsregierung durchaus verbindliche Uferrandstreifen vorsehen wird. Die Bauern gehen natürlich auf die Palme. Die sagen, das geht ja gar nicht. Es ist eine Anti-Bauern-Kampagne. Ja, wir müssen leiden. Und da würde ich nur sagen, also warte mal ab, das Ganze wird sehr viel Geld kosten, ihr werdet da Geld kriegen. Und außerdem muss man sagen, Bauern machen glaube ich 1,8 Prozent oder so der arbeitenden Bevölkerung aus. Ja, aber es sind natürlich für die CSU identitär. Also ich war vor kurzem im Bundestag zu einer Anhörung und da kommen wir noch ein andermal ein bisschen ausführlicher drauf auf das Thema, glaube ich. Aber da konnte man schon sehr deutlich sehen, wie sehr die CDU-CSU-Fraktion auch von den Bauern dominiert ist. Da wird dann auch gerne mal von wir Bauern gesprochen. Auch wenn die Leute selber gar keine Bauern sind. Also da glaube ich, die 1,8 Prozent, die täuschen, die haben also innerhalb der C-Parteien enormen Einfluss, weit überproportionalen Einfluss. Ich glaube aber, dass das auch ein Stück weit ein Missverständnis ist von Seiten der Bauernvertreter. Ich glaube, das ist erstmal so eine spontane Abwehrreaktion. Wir sollen dies und jenes nicht mehr dürfen. Klar, will man dann erstmal nicht als Lobbyist. Aber ich persönlich nehme dieses Gesetz eigentlich so wahr, dass es durchaus den Bauern auch die Hand reicht. Weil es auf der einen Seite natürlich Vorgaben macht, wie sie die Intensität der Landnutzung einschränken sollen. Stichwort Streifen zum Beispiel am Ufer. Klar, da kann man dann irgendwie ein paar Kilo Mais weniger anbauen auf seiner Fläche. Auf der anderen Seite hat das Gesetz ja sehr deutlich vor Augen, dass es ohne die Bauern eben auch nicht geht. Weil die Bauern natürlich große Verantwortung tragen für den Landbau, für die Nutzung der natürlichen Flächen im Freistaat Bayern. Und außerdem sollen sie ja auch dafür entschädigt werden. Also ich weiß nicht, ich glaube, wenn man mal ein bisschen Schritt zurücktritt, schief durchatmet, dann ist das Gesetz für die Bauern keine solche Katastrophe. Und insbesondere finde ich nicht, dass die Bauern als Feinde wahrgenommen werden durch das Gesetz. Oder quasi so in so eine feindliche Ecke gerückt werden. Klar, sie kriegen Vorgaben, aber natürlich wissen auch die Initiatoren, dass es ohne die Bauern nicht klappen wird, oder? Genau, das war auch in Interviews klar geworden von denen, die das mit initiiert haben, die das gesagt haben, wir haben das nie gegen die Bauern gerichtet. Warum auch? Ja, die Reaktion der Bauern ist klar, die wollen natürlich möglichst viel Geld rausschlagen. Man muss jetzt natürlich sehen, auch im Rahmen dieser ganzen Debatte ist natürlich auch ein neues Naturgesetz deutlich geworden, zu Tage getreten. Ja, was wir so deutlich bisher noch nicht kannten, nämlich unter Druck wird aus Schwarz-Grün. Das finde ich schon sehr interessant, oder? Das ist interessant, ja. Deswegen auch unser Eingangskalauer mit der GSU. Ja, ich finde es wirklich total interessant, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir beobachten, dass die CSU mit einmal ihr Herz für die Ökologie entdeckt. Das hat natürlich zum einen zu tun mit dem extrem guten Abschneiden der Grünen bei der Bayerischen Landtagswahl. Um ein Haar hätte die CSU ja mit den Grünen koalieren müssen, wenn die freien Wähler nicht so relativ stark geworden wären. Wie gesagt, jetzt ist da ja so eine Koalition CSU-freie Wähler am Ruder in München. Aber um ein Haar hätte es Schwarz-Grün geheißen. Das, denke ich mal, war halt einfach ein ganz großer Warnhinweis für die CSU, vielleicht mal die ökologische Flanke zu schließen oder diese Schwachstelle zu schließen. Und dann natürlich diese Konkurrenz quasi durch das Volksbegehren jetzt. Genau. Und so kommt es also dazu, dass Markus Söder sich schnell auf das Pferd gesetzt hat und gesagt hat, hier, jetzt machen wir einen alternativen Gesetzentwurf, der alle glücklich machen soll. Also sowohl die Initiatoren dieses Volksbegehrens als auch die Bauern. Wie das gehen soll, ist noch nicht klar. Aber es gibt jetzt zumindest schon mal einen runden Tisch, an dem alle sitzen. Und Söder hat auch schon einen Titel für sein neues Gesetz. Rettet die Bienen und die Bauern. Also programmatisch, wie gesagt, klar ist nur, es wird sehr viel Geld kosten, weil, also ein bisschen überraschend für alle hat er schon, sagen wir mal, in seinem Haushalt für Vertragsnaturschutz fast zwölf Millionen Euro mehr eingestellt als bisher. Und für ein Kulturlandschaftsprogramm 32 Millionen Euro mehr als bisher geplant. Aber das sind alles Programme, die sich eben an Landwirte richten, die Naturschundwirtschaften. Aber wenn Söder sozusagen dieses Volksbegehren wirklich toppen will und auch die Bauern mit reinholen will, dann wird das wesentlich mehr als 43 Millionen Euro kosten, die da eingeplant sind. Also da, denke ich, wird es viel drüber gehen, über das Geld. Aber zumindest ist es interessant, dass jetzt alle am Tisch sind. Und wenn sie denn das wirklich schaffen, ein Gesetz zu schmieden, was sowohl die Initiatoren gut finden als auch die Bauern, dann ist das sicherlich ein Schritt nach vorne. Die Initiatoren des Volksbegehrens haben schon gesagt, also sie werden nichts zustimmen, was jetzt hinter ihr Gesetz zurückfällt. Zumal sie da ja auch schon recht weitgehende Kompromisse und Ausnahmen mit eingebaut haben, die den Bauern entgegenkommen. Also da wird es interessant sein, was sie da ausverhandeln. Aber da scheinen zumindest alle willig zu sein, so ein Gesetz auf die Wege zu bringen. Ja und wie gesagt, am Ende könnten dann wahrscheinlich wirklich die Bürger ja entscheiden. Wenn es dann meinetwegen eingesetzte Landesregierung gibt, wo die Initiatoren des Volksbegehrens vielleicht nicht mit an Bord sind, dann gibt es den Alternativvorschlag des Volksbegehrens und es gibt zwei Gesetze, über die dann die bayerischen Bürger und Bürgerinnen am Ende abstimmen können. Und da bin ich mal gespannt, wer da gewinnt. Ja, da bin ich auch gespannt. Also wie gesagt, Fazit ist, ich finde, man merkt den Leuten den Unmut an, dass also in Sachen Klima und Umwelt mal was passieren muss. Da ist glaube ich ein Riesendelta zwischen dem, was die Politik macht, nicht nur in Bayern, sondern auch bundesweit und dem, was die Leute... Ja, so ein Abstand. Genau, so ein Abstand und man zeigt, die Wahlen können durchaus was bewirken. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles für die Katze ist. Die bayerischen Landtagswahlen, die Stimmen für die Grünen haben hier durchaus für Wirbel gesorgt. So ein Volksbegehren hat durchaus Druck aufgebaut und jetzt scheint sich da tatsächlich zumindest in Bayern was zu ändern. Man wird sich natürlich wünschen, dass das auch einen bundesweiten Effekt dann hat, weil nur Bayern... Nö, aber weißt du, da setze ich gerne so auf diese berühmten Leuchtturmeffekte. Also Stichwort Datenschutz zum Beispiel, da gibt es jetzt in Europa eben die Datenschutzgrundverordnung. Mit einmal tut sich auch in den Vereinigten Staaten was, weil die Leute da sagen, wir jetzt, die Europäer haben Datenschutzrechte, wir nicht. Also diese sogenannten Spillover-Effekte, also dass Regulierung aus einem Land überschwappt in andere Länder, das kann denke ich mal auch so durchaus in Bayern passieren. Und mal ganz ehrlich, das ist ja auch gerade die Idee des Föderalismus. Dieser Föderalismus hat natürlich viele Hintergründe, aber einer davon ist ja gerade, dass bestimmte Projekte, bestimmte Politikentwürfe in einem Bundesland mal ausprobiert werden. Dann schaut man, ob das funktioniert und das, was gut funktioniert, das wird dann eben gerne auch in anderen Ländern übernommen. Also im Kleinen erleben wir das ja auch mit diesem funktionellen Transparenzsystem, das ich hier in Berlin aufgebaut habe, mit der Justizverwaltung zusammen. Da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Bundesländern, die sagen, ja klar, warum Transparenz in Berlin? Natürlich wollen wir auch Transparenz üben bei unseren Ermittlungsmaßnahmen. Wir haben als Polizei ja auch nichts zu verbergen. Und genauso könnte ich mir gut vorstellen, dass das mit dem Umweltschutz in Bayern so läuft. Also ich meine gut, die Uferrandstreifen sind sonst ja schon geschützt, aber zum Beispiel diese Idee, da einfach bestimmte Prozente der landwirtschaftlichen Nutzfläche stillzulegen als Brachflächen, das ist ja eine großartige Idee. Ja, oder halt einen bestimmten Prozentsatz für Ökolandbau festzuschreiben. Die Bauern werden dann natürlich nicht gezwungen, Ökolandbau zu betreiben, sondern sie werden, es gibt Anreizsysteme und so. Also da gibt es viel innovative Ideen, die sicherlich in die richtige Richtung gehen. Denn um das nochmal so ein bisschen wieder zurückzukommen zu diesem größeren Thema, welche Rolle Insekten und Bienen soll man für das Ökosystem haben? Das kann man einerseits natürlich in diesen beiden Podcasts nachlesen, die wir nachhören, die wir verlinken, die ich fürs Küchenradio für die Bienen gemacht habe. Aber ich habe jetzt auch ein Buch gelesen, das ist schon ein bisschen älter, aber dennoch ganz interessant, Geschichte der Bienen heißt das von Maya Lunde. Und da ist so ein bisschen so ein, ist auch zumindest so eine sehr dystopische Facette drin, was denn passiert, wenn die Insekten nicht mehr da sind. Nämlich, dass dann Menschen durch die Kirsche oder Apfelbäume klettern und von Hand Blüten bestäuben in China. Ich weiß nicht, passiert das heute schon eigentlich oder ist das eine reine Fiktion noch? Dass die Menschen in den Blüten, in den Apfelbäumen rumklettern und von Hand die Blüten… Also in China passiert das schon. Ja, ist das so? Ja, ja, ich habe mal Fotos gesehen, was China… Genau, wo genau diese Geschichte in dem Buch ist und ich wusste nicht, ist das jetzt Fiktion oder ist das schon… Ich habe das jetzt nicht nochmal recherchiert für die Sendung, ich habe aber so ein Bild vor Augen, wo irgendwie Chinesen mit Mundschutz da irgendwie in den Apfelbäumen rumklettern mit so kleinen Q-Tips und da irgendwie die Apfelblüten beglücken. Also ich war jetzt, wie gesagt, ich habe es nicht recherchiert, aber ich erinnere mich dunkel, dass da sowas war, ja. Ja, alright, nächstes Thema ist die GroKo vor dem Ende. Genau, das fragen wir uns. Es gibt so gewisse Absetzbewegungen aus der GroKo. Wenn, vielleicht ist die GroKo noch nicht am Ende, aber man kann jedenfalls deutlich feststellen, dass beide Seiten, muss man ja sagen, also die CDU, CSU auf der einen Seite, die SPD auf der anderen Seite, deutlich daran arbeiten, ihr Profil zu schärfen. Und wir erinnern uns, im Koalitionsvertrag hat die Große Koalition zur Halbzeit eine Bestandsaufnahme vereinbart. Das ist natürlich zugleich eine gewisse Sollbruchstelle. Da macht man einen Kassensturz, da schaut dann jede Seite, was sie umgesetzt hat. Und insbesondere auf Seiten der SPD ist ja kein Geheimnis, ist die GroKo von Anfang an extrem umstritten gewesen. Sehr viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten finden das eine richtig schlechte Idee, weil es eben das Profil der Partei doch deutlich schwächt. Und jetzt sieht es aber so aus, als würden sich doch beide Parteien in Stellung bringen, um diese Bestandsaufnahme dann tatsächlich zu nutzen, um die GroKo zu Fall zu bringen. Oder jedenfalls, um in einer guten Position zu sein, wenn der andere quasi die Scheidung will. Also da kurze Anekdote noch, ich habe jetzt mit jemandem gesprochen aus der CDU-Fraktion und der hat so gesagt, naja, also wir haben lange gedacht, die SPD würde sich das nicht trauen, aus der GroKo rauszugehen. Aber jetzt mit ihren Konzepten, über die wir jetzt gleich noch reden und diesen leicht steigenden Umfragewerten, gehen die mittlerweile auch davon aus, in der Union zumindest einige, dass die SPD den Sprung durchaus wagen könnte. Aber in erster Linie muss man kurz mal am Anfang über die Union reden. Die hat jetzt in Werkstattgesprächen über Migration gesprochen. Das ist so ein bisschen, sagen wir mal, Vergangenheitsbewältigung. Da geht es also um, ja, die einerseits Aufbearbeitung dieses Jahr 2015, 2016. Was ist da passiert? Was könnte man nächstes Mal anders machen? Wie war die Rolle der Union? Aber es wurden eben auch, sagen wir mal, recht drastische Maßnahmen gegen Geflüchtete zumindest gefordert. Das ist wohl wahr. Und zwar einen ganzen Katalog haben Sie da beschlossen. Zum Beispiel wollen Sie weiter die Asylverfahren beschleunigen. Also die Frage, wie lange Zeit vergeht in der Behörde, das ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, zwischen der Antragstellung auf Asyl und der Entscheidung über diesen Antrag. Bislang dauert das so etwa sechs Monate. Die Union möchte das gerne auf drei Monate drücken. Und der Plan, um das umzusetzen, ist, weitere sichere Herkunftsstaaten festzulegen. Das bedeutet, dass Menschen, die aus bestimmten Ländern kommen, es deutlich schwerer haben, tatsächlich nachzuweisen, dass sie Flüchtlinge sind, also dass sie politisch verfolgt werden oder aus anderen Gründen, die eine Anerkennung begründen können, verfolgt werden. Für Georgien, Algerien, Marokko und Tunesien hat der Bundestag das jetzt auch schon beschlossen tatsächlich. Jetzt Ende der Woche stand die Entscheidung des Bundesrats an. Bislang haben wir sie noch nicht bekommen. Schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist. Diese Entscheidung mit den sicheren Herkunftsstaaten ist extrem umstritten. Insbesondere Grüne und Linke blockieren da bisher. Denn auch in eigentlich sicheren Staaten gibt es eben durchaus auch Verfolgung von Minderheiten. Also denken wir an homosexuelle Menschen oder Christen, die es in islamischen Staaten selbst dann häufig schwer haben, wenn da ansonsten nicht gerade das Terrorregime an der Macht ist. Und deswegen ist das Argument, dass es eigentlich nicht sein kann, dass man den Menschen es unmöglich macht, im Einzelfall nachzuweisen, dass sie verfolgt werden. Das geht auch bei sicheren Herkunftsstanden noch unter bestimmten Voraussetzungen, aber es ist eben deutlich erschwert. Und die Sorge von Grün und Linken ist, dass da einfach dann Menschen durchs Raster fallen und das alles nur quasi um die Statistik zu verbessern, um also die Asylverfahren formal schneller abzuschließen. Und die Union will den Rechtsweg gegen Gerichtsentscheidungen beschränken. Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, ganz genau. Das ist die zweite Maßnahme, die im Grunde in dieselbe Richtung geht. Es reicht ja nicht, dass eine Behörde entscheidet. Dann typischerweise schließt sich daran ja noch ein Gerichtsverfahren an. Und die Union möchte jetzt auch, dass diese Gerichtsverfahren weniger lange dauern. In der ersten Instanz geht es immer zu den Verwaltungsgerichten. Und normalerweise ist der Instanzenzug im Verwaltungsrecht dreistufig. Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht oder Verwaltungsgerichtshof, je nach Land. Und dann in der dritten Instanz das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, im ehemaligen Reichsgerichtsgebäude. Und die Union möchte da jetzt eine Instanz streichen und grundsätzlich nur noch VGs und dann in der Revision das Bundesverwaltungsgericht zuständig machen. Und die Idee dahinter, genau wie bei den schnellen Entscheidungen des BAMF, soll sein, so sagt es Christian Baldauf, der Fraktionsvorsitzende der Union in Rheinland-Pfalz. Also die Union möchte eine klare Trennung zwischen denen, die integriert werden, Klammer auf, also die da bleiben dürfen, und denen, die abgeschoben werden. Das ist so die Zweiteilung, die der Union hier vorschwebt. Klingt ja eigentlich nach einer guten Idee, oder? Finde ich auch. Also grundsätzlich, das haben wir in der Lage auch schon ganz oft gefordert, sollte man sich glaube ich überlegen, dass man diejenigen, die hier bleiben, eben gut integriert und die anderen dann eben auch vielleicht nicht. Das Problem ist, also grundsätzlich ist die Konzentration auf die, die hier bleiben dürfen, schon eine gute Idee. Das Problem ist, es gibt aber noch eine große Gruppe derjenigen nämlich, die eigentlich ausreisepflichtig wären, ja, weil sie kein dauerhaftes Bleiberecht haben, die aber trotzdem hier bleiben. Und das über viele, viele Jahre. Und das kann ganz viele Gründe haben. Also häufig ist die Abschiebung nicht möglich, häufig haben sie keinen Pass, weil das Heimatland ihnen keinen ausstellt. Häufig ist das Heimatland zu gefährlich, sodass man sie trotz Ausreisepflicht gar nicht abschieben kann. Und da muss man ganz einfach sagen, die Union hat da im Ansatz die richtige Idee, denke ich, zu sagen, man muss klar trennen, schnell entscheiden und dann eben rein oder raus. Das Problem ist bloß, so einfach funktioniert das nicht. Und wer hier ist, wird in der Praxis fast immer auch hier bleiben. Es gibt nur ganz wenige Menschen, für die das mit der Abschiebung tatsächlich klappt. Das sind immer noch natürlich einige Hundert, aber im Vergleich zu den vielen zehntausenden Menschen, die auch ohne dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland leben, für die hilft das, bei denen ändert das natürlich überhaupt nichts. Und das ist das große Problem dabei, dass die Union letztlich die Augen verschließt vor der Tatsache, dass es hier ganz viele Menschen gibt, die nach ihren Vorstellungen möglichst schnell raus müssten, die aber einfach nicht aus dem Land gelassen werden oder die nicht nach Hause können, aus welchen Gründen auch immer. Und da ist die große Frage, was macht man denn eigentlich mit diesen Menschen? Ist es wirklich so eine, klar, wie gesagt, die anzuerkennen und schnell zu integrieren, die auf jeden Fall hier bleiben dürfen, ist eine super Sache. Aber was macht man mit diesen Leuten, die so im Limbo sind, in diesem Zwischenzustand? Und da muss man sagen, glaube ich, verschließt die Union so ein bisschen die Augen vor der Realität. Aber natürlich versucht sie zugleich, diese Gruppe im Schwebezustand möglichst zu verkleinern mit Abschiebung. Abschiebung, die sollen vereinfacht werden. Das Problem, wir erinnern uns, ist ja ganz oft, dass eben keine Dokumente da sind. Also das scheitert nicht so an deutscher Rechtslage oder sowas in erster Linie, sondern in erster Linie daran, dass das Herkunftsland entweder nicht klar ist oder es gibt halt keine Dokumente, mit denen diejenigen in ihr Herkunftsland wieder zurückgeschickt werden sollen. Jetzt soll das vereinfacht werden, die Bundespolizei soll mehr Zuständigkeiten bekommen und vor allen Dingen auch Pässe beschaffen, weiß ich gar nicht. Ja, normal. Also die Idee ist die Konzentration dieser Verfahren. Bislang ist es halt so, dass ganz viele Behörden auf Kreisebene oder auf lokaler Ebene dafür zuständig sind, die Ausländerbehörden eben diese Pässe zu beschaffen. Und häufig ist es anscheinend so, dass man da im Prinzip bestimmte Tricks braucht. Für jedes Land ist der Weg wieder ein anderer. Wie klappt das, die irgendwie zu überreden? Und durch die Konzentration bei der Bundespolizei soll diese Passbeschaffung professionalisiert werden. Man soll dann einfach wissen, wer sind die Ansprechpartner im Land XY. Also das ist sicherlich, was die Verwaltungsvereinfachung angeht, mal eine gute Idee. Ob das in der Summe dann dazu führt, dass wirklich so viele Leute mehr abgeschoben werden können, habe ich persönlich meinen Zweifel. Also ich finde, wie gesagt, dass diese Mittelgruppe ist das eigentliche Problem. Denn das sind Menschen ohne klare Perspektive. Denen sagt man immer wieder, du musst eigentlich raus. Man lässt sie auch normalerweise nicht arbeiten. Sie haben also überhaupt keine Chance, sich sinnvoll zu integrieren. Und zugleich können sie aber auch nicht nach Hause. Und ich finde das eigentlich, haben wir ja auch in der Lage schon oft drüber gesprochen, wahnsinnig gefährlich. Das ist auch genau die Menschengruppe, die man dann häufig als Strafrichter kennenlernt. Weil natürlich, wie das immer so ist, wenn Menschen in prekären Lebenssituationen leben, ein bestimmter Prozentsatz dieser Menschen auf schlechte Gedanken kommt. So, das sind natürlich, sagen wir mal, Sachen, bei denen es zumindest mit der SPD zur Reibe reinkommen könnte. Viel größeres Konfliktpotenzial sehe ich aber in dem, was die SPD dieser Tage so vorgestellt hat. Denn da würde ich sagen, deutet sich schon viel, viel eher an, dass, sagen wir mal, sie bereit sind, sich aus der GroKo zu verabschieden. Und das tun, sagen wir mal, indem sie Gründe schaffen, die das inhaltlich dann am Ende rechtfertigen. Weil sie sagen können, mit der Union ist das ja nicht zu machen. Das, sagen wir mal, firmiert alles unter dieser Überschrift Sozialstaat 2025. 2025, so, das sind mehrere Einzelnaßnahmen. Nahles spricht da von einem Kulturwandel. Bürger sollen sich nicht als Bittsteller fühlen, sondern der Staat soll Partner sein. Da geht es natürlich zum einen um die Grundrente. Da kamen auch Fragen, warum habt ihr denn so ausführlich über die Grundrente gesprochen, wenn die CDU doch eh nein sagt. Ich würde sagen, da wird jetzt ja ernsthaft drüber diskutiert in der Großen Koalition. Also das ist wirklich ein Thema. Die Frage ist natürlich, kommt es am Ende. Aber es ist eben auch ganz zentraler Bestandteil und ganz wichtige Säule für die Identität der SPD. Und wird wahrscheinlich ein Grund sein, wenn es denn zur Trennung kommt, dass es zur Trennung kommt. Wird ein Baustein diese, wie wir letztes Mal gesagt haben, recht üppig ausgestattete Grundrente, zumindest der Plan dafür sein. Oder auch Respektrente genannt. Respektrente genannt, genau. Das ist der Name, den die SPD-Politiker da verwenden, genau. Dann wollen sie Hartz IV entschärfen. Genau, das ist quasi der zweite Teil dieses Programms, Sozialstaat 2025. Das hatten wir in der letzten Woche noch nicht, weil das so richtig erst beschlossen worden ist, nachdem wir die Lage aufgenommen haben. Da gab es vorher nur so ein paar Leaks. Da, Hartz IV soll jetzt eben entschärft werden. Das ist ja auch SPD intern eine Riesendiskussion seit vielen Jahren. Jetzt gibt Andrea Nahles mit ihren Leuten da den parteiinternen Kritikern ein bisschen nach. Hartz IV bekommt zuallererst mal eine neue Überschrift. Ja, Marketing ist alles. Das Ganze soll jetzt heißen Bürgergeld. Die Frage ist natürlich, ist das auch inhaltlich was Neues? Und da muss man sagen, ein wenig soll zunächst mal der Anwendungsbereich von Hartz IV eingeschränkt werden. Also bislang ist es ja so, wenn man seine Arbeit verliert, dann kann man erst eine Weile das sogenannte Arbeitslosengeld I beziehen. Das ist vergleichsweise viel Geld, weil es sich nämlich berechnet nach dem letzten Arbeitseinkommen. Gibt es komplexe Formeln, aber im Prinzip hängt das davon ab, was man verdient hat. Das heißt, wenn man vorher gut verdient hat, bekommt man dann relativ viel Geld. Wenn man vorher nichts verdient hat oder wenig verdient hat, bekommt man relativ wenig. Aber es orientiert sich am bisherigen Einkommen. Das heißt, da kann man dann seinen persönlichen Lebensbedarf auch langsam runterfahren. Ja, keine Ahnung, Abos kündigen und so. Man kann dann so langsam eben Gas wegnehmen, sage ich mal. Und so richtig vor die Wand knallt man dann, wenn man nach ein, zwei, drei Jahren irgendwann bei Hartz IV landet. Und das soll länger gezahlt werden. Genau, und dieser Absturz auf Hartz IV, der soll halt einfach später kommen. Bislang ist es im Prinzip nach zwölf Monaten. In bestimmten Fällen bei älteren Arbeitnehmern kann es bis zu zwei Jahre dauern, bis man auf Hartz IV abrutscht. Das soll jetzt ein knappes Jahr mehr werden. Ich habe gefunden, 33 Monate, aber die Zahlen schwanken so ein bisschen. Das sind 33 Monate, wären zwei Jahre und neun Monate. Jedenfalls soll also Arbeitslosengeld I noch ein bisschen länger gezahlt werden. Absturz kommt dann entsprechend später. Da muss man natürlich sagen, ob das jetzt der Bringer ist, einfach nur quasi die Probleme so ein bisschen rauszuschieben, Philipp? Ja, also ich finde ja die Kritik der Arbeitgeber und auch vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DEW, durchaus nachvollziehbar. Dass wirklich wir dann auch wieder Probleme kriegen, die wir eben vor Hartz IV auch schon hatten. Dass eben viele Leute sehr lange arbeitslos bleiben. Weil vielleicht auch der Druck nicht so da ist, sich neue Arbeit zu suchen. Und vor allen Dingen, glaube ich, trennen sich dann Betriebe einfach früher von älteren Arbeitsnehmern und schieben die halt in ALG I ab. Ja genau, das ist nämlich genau das Problem, das man ja früher hatte, dass man den Leuten dann gesagt hat, ja, ich schmeiß dich jetzt mal raus, ist ja nicht so schlimm. Hast ja noch zwei Jahre Arbeitslosengeld I. Findest schon was. Und das passiert dann halt nicht. Das ist dann so dieser Trend zur Frühverrentung. Und vor allem muss man natürlich sagen, späteres Hartz IV löst doch die Probleme nicht, die Hartz IV hat. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das Geld, das das kosten würde, und das sind ja Milliardenbeträge, von denen wir reden. Dieses Geld sollte man doch lieber dafür verwenden, dass Hartz IV nicht derart die Menschen in Armut stürzt und ins Verderben mitunter, wenn sie irgendwie ihre Wohnung verlieren und ihr gesamtes Eigentum aufbrauchen müssen. Genau, also ich habe auch, ich habe auch immer, wenn ich dazu recherchiert habe, zu diesen Hartz IV Problemen und ALG I und so, dann war immer die Ansage, mit dem ALG I ist noch alles okay. Also da ist sozusagen, da sind wir noch okay und da kann man auch, können die Arbeitsagenturen, die Leuten auch was anbieten. Also so da, da war aber nie die Klage, das ist zu kurz gezahlt. Also das habe ich nie gehört, dass das wirklich so ein zentrales Problem sei. Nee, das ist im Grunde eine Augenwischerei. Das eigentliche Problem ist, dass am Ende von ALG I, beim Absturz auf ALG II eben, ALG II gleich Hartz IV. Dass da dann eben wirklich so, dass man da im Grunde so eine Art wirtschaftlichen Tod stirbt. Also insbesondere, wenn man früher gut verdient hat, ja Facharbeiter in der Industrie zum Beispiel, drei, viertausend Euro auf dem Konto im Monat und dann mit einmal nur noch 400 und ein paar Euro. Da muss man einfach sagen, das ist dann wirklich von null auf, oder von hundert auf null, da fährst du richtig vor die Wand wirtschaftlich. Ja gut, wobei du von deinem Lohn natürlich noch Wohnungen und etc. pp. zahlen musstest, das kriegst du jetzt, das ist in dem Hartz IV Grundsatz nicht enthalten. Das kommt dann noch dazu. Ja gut, aber da kriegst du dann vielleicht 500 oder 550 oder 600, aber jedenfalls ist es einfach ein krasser Absturz wirtschaftlich. Und das ist, denke ich, das eigentliche Problem. Also ich würde, wenn man doch schon da mehr Geld in die Hand nimmt, gerade für diesen Übergangsbau, ALG I, ALG II, würde ich doch eher denken, dass man ALG I langsam abschmelzen sollte. Also mit anderen Worten, jedes Jahr minus fünf Prozent oder minus zehn Prozent. Dann kann man einfach den persönlichen Lebensbedarf langsam daran anpassen und es führt insbesondere nicht zu dieser extremen Verarmung, die ja bislang da eintritt und die auch ehrlich gesagt einfach Angst macht. Wir haben ja Hartz IV auch sehr häufig schon diskutiert, nicht nur aus der wirtschaftlichen Perspektive, sondern aus der psychologischen Perspektive. Dass es einfach den Menschen das Gefühl von Sicherheit nimmt, dass es zu einer enormen emotionalen Destabilisierung führt, wenn man weiß, sobald man seinen Job verliert, ist das Elend nicht mehr fern. Und das, denke ich, macht einfach eine Menge mit den Menschen. Und die SPD will die Schonfristen für die Wohnung verlängern, also dass Menschen nicht sofort aus ihrer Wohnung raus müssen, wenn denn die zu groß sein sollte, als dass sie vom Staat finanziert werden könnte. Also dass sie dann länger in ihrer eigenen Wohnung bleiben können und es sollen auch mildere Sanktionen bei Fehlverhalten geben. Also das ist ja auch so, dass bei einer ganzen Reihe von Fehlverhalten oder angeblichen Fehlverhalten das Amt einfach sagen kann, wenn du das nochmal machst, dann... Nee, nicht, wenn du das nochmal machst. Sofort. Einmal einen Termin verpasst bei der Behörde. Zack, es liegt aber in der Hand der Behörde, das zu tun. Ja, aber die Vorbereitungspraxis, ich meine, was glaubst du, was sie für einen Druck kriegen? Also der typische Fall ist doch, einmal nicht zum Termin, zack, minus 30 Prozent. Oder wenn es richtig dumm kommt, sogar minus 100 Prozent, kriegst gar nichts mehr. So, es soll mehr Unterstützung aus einer Hand geben, statt Marathon von Behörde zu Behörde. Genau. Das sind so die SPD-Pläne. Also jetzt mal per Saldo kann man glaube ich sagen, ja, hier und da so ein paar Zuckerli für Menschen, die sich in Hartz IV wiederfinden. Aber mein persönlicher Eindruck ist, dass das natürlich einzelnen Menschen helfen wird. Aber ich glaube, was diese psychologische Seite angeht, nach dem Motto, die Gemeinschaft ist einfach nicht mehr solidarisch mit Menschen, die ihre Arbeit verlieren. Und dieser Grundeindruck, der auch so verheerend war, denke ich, für den Rückhalt der SPD in breiten Bevölkerungskreisen, dieser Grundeindruck, weiß ich nicht, ob sich der da ändern wird, oder? Wenn man hier und da so ein bisschen netter ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Also das könnte sich halt, wenn Grüne und Linke, die sind ja für so eine Grundsicherung ohne Sanktionen. Das ist natürlich sehr weitreichend. Da könnte ich mir schon eher vorstellen, dass da dieser Eindruck zumindest aufkommt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Philipp, das ist das, was mich an dieser Diskussion immer schon stört und was jetzt auch das Bundesverfassungsgericht zurzeit beschäftigt. Und eigentlich deckt doch diese Grundsicherung das Existenzminimum ab. Das ist jetzt ja nicht irgendwie mit Zuckerli und Handschlag und Bonbons obendrauf, sondern das ist das Existenzminimum. Und wenn man sich die genaue Berechnung anguckt, ist das ohnehin schon extrem hart. Du kriegst ja jeden Monat 50 Cent für eine Waschmaschine so ungefähr. Aber wenn die kaputt geht, dann brauchst du die halt sofort. Und dann kannst du dich mit dem Amt streiten, ob du diese 100 Euro kriegst für eine gebrauchte Waschmaschine. Mit anderen Worten, das ist ohnehin schon total knapp. Und wenn du davon jetzt den Leuten noch sanktionsweise was abziehst, dann rutschen die ja rechnerisch unter das Existenzminimum. Geht ja gar nicht anders, wenn das, was sie normalerweise kriegen, das Existenzminimum ist. Und dann minus 30 Prozent ist eben da drunter. Und da kann man sich schon fragen, ob das denn überhaupt zulässig ist, verfassungsrechtlich, wenn das Existenzminimum doch eigentlich eben das ist, was von Verfassungswegen jedem Menschen zustimmen soll. Aber beschäftigt sich das Bundesverfassungsgericht genau damit? Ja, ja, genau. Da warten wir alle gerade gespannt drauf. Vor ein paar Wochen die mündliche Verhandlung in Karlsruhe. Warten wir alle gespannt drauf, ob Karlsruhe das noch in Ordnung findet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, man kann das natürlich auch genau andersrum machen. Man kann natürlich einfach sagen, es gibt die Grundsicherung und es gibt dann Anreizsysteme. Es gibt ein Bonussystem für alle für Wohlverhalten. Wieso muss es denn immer gleich mit der Peitsche durchgesetzt werden? Man könnte es doch genauso gut auch mit Anreizen machen. Zum Beispiel für jede erfolgreich absolvierte Fortbildung gibt es dann eben einen kleinen Zuschlag. Fertig. Warum denn eigentlich nicht? Warum muss man den Leuten immer quasi was auf die Mütze geben? Man kann sie doch auch einfach positiv stimulieren. Und ich meine ganz ehrlich, jeder aus der Pädagogik weiß man das doch, dass Sanktionen in aller Regel nichts bringen, sondern dass man besser Anreize schaffen sollte und wertschätzend kommunizieren sollte. Also ich finde, dass die SPD da zwar quasi die richtige Grundmotivation an den Tag legt, aber dass die Grundstimmung sich hier nicht ändern wird. Also dass das Bild lieber den Leuten auf die Mütze geben, anstatt sie wirklich zu unterstützen, das ändert sich nur in der Rhetorik, nicht in den Maßnahmen. Meine Ahnung. Okay, 12 Euro Mindestlohn sind auch noch gefordert. Das sind sozusagen die drei Stützen dieses SPD-Konzepts. Im Herbst, wie gesagt, 2019 soll es diese Evaluierung geben, steht im Koalitionsvertrag. Und wie schon gesagt, also auch in der Union habe ich das Gefühl, verdichtet sich so ein bisschen die Stimmung, dass die SPD durchaus austrittswillig ist. Und gerade, wenn jetzt auch nochmal die Umfragen sind aktuell über 15 oder was Prozent, wenn das jetzt auch nochmal einen Tick hochgehen sollte, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass sie die Chance nutzen. Weil ich glaube, so ein Feuerwerk, wie sie es jetzt gemacht haben mit diesem Programm, das können die nicht jedes Jahr zünden. Und in der GroKo werden sie sich damit nicht profilieren können. Also das ist denen jetzt, glaube ich, mittlerweile auch klar geworden. Das ist die Flucht nach vorn. Und jetzt steigen die Umfragewerke vielleicht auch durch so ein bisschen so ein Versuch der Profilierung. Und ich glaube, für Andrea Nahles ist es auch so ein bisschen der letzte Move, den sie noch machen kann. Das muss man auch mal sehen. Um politisch zu überleben. Also ich würde auch denken, dass sie sich da im Herbst verabschieden. Also das wäre wahrscheinlich. Wir wollen vielleicht noch zu der Vollständigkeit halber ganz kurz nachtragen, was denn die anderen Parteien zu diesen SPD-Plänen inhaltlich denken. Also wie gesagt, Grüne und Linke wollen die Grundsicherung Hartz IV ohne Sanktionen. Das ist schon erwähnt worden. Die Union will eigentlich gar nichts ändern. Und die FDP hat ein ganz interessantes Konzept. Sie will nämlich auch ein Bürgergeld. Also dasselbe Begriff wie bei der SPD. Er soll aber was ganz anderes bedeuten. Die FDP möchte nämlich insbesondere alle steuerfinanzierten Leistungen bündeln. Alle Sozialleistungen sollen bei einer Behörde gebündelt werden. Das soll Verwaltungsaufwand sparen. Finde ich jedenfalls, was diesen Verwaltungsaspekt angeht, eine sehr gute Idee. Dass die Leute heute von Pontius nach Pilatus geschickt werden und 47 Anträge ausfüllen müssen für alle Leistungen. Macht ja irgendwie wirklich keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie konkret das schon durchdacht ist, das Konzept. Damit müssen natürlich auch ganz viele Zuständigkeiten geändert werden. Das dürfte im Gesetzesvollzug schwierig werden. Aber den Grundansatz der FDP finde ich sympathisch, hier einfach Verwaltungsaufwand zu sparen. Wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal über diesen Digitalpakt gesprochen. Da geht es um diesen ganz, ganz wichtigen Punkt Digitalisierung der Schulen. Vor allen Dingen Ausrüstung der Schulen mit WLAN, mit Computern. Also dann haben wir zwar immer noch keine digitalen Pädagogikonzepte, aber zumindest haben wir dann die Voraussetzung dafür, dass man sich da mal ranmachen kann. Und ich denke, da besteht ja auf keiner Seite Zweifel daran, dass das überreif ist. Dieser Digitalpakt wurde ja vor über fünf Jahren versprochen, soll mindestens 5,5 Milliarden Euro Investitionen für die Schulen in die Ausstattung der Schulen bedeuten. Und wir hatten ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass der Bundestag zugestimmt hatte und dass der Bundesrat noch zustimmen musste, aber dann mit 16 zu 0 Stimmen das Ding abgelehnt hat und alle völlig entsetzt waren und sich andeutete, dass das wieder auf die lange Bank geschoben wird und dass da wieder nichts passiert. Und nun melden aber diese Woche ARD und Spiegel Online, dass also in dieser Suche nach einem Kompromiss es durchaus Fortschritte gibt und eine Einigung angeblich kurz bevor steht. Und denn alle warnen sich zumindest ja, nicht alle, aber viele warnen sich einigend, dass eine Grundgesetzänderung nötig ist. Der Bundestag, das habe ich gesagt, hat Ja gesagt zu einer Grundgesetzänderung. Der Bundesrat hatte Nein gesagt und der Grund war vor allem, dass in dieser vorgeschlagenen Grundgesetzänderung nicht nur vorgeschrieben oder festgehalten wurde, wie der Digitalpakt finanziert werden sollte, sondern dass danach alle gemeinsamen Programme, die Bund und Länder gemeinsam finanzieren, 50-50 finanziert werden sollten. Und das haben die Länder gesagt, das wollen wir nicht, das können wir uns nicht leisten. Jedes Projekt 50-50, da sollen wir jedes Mal die Hälfte dazuschießen, das können wir nicht. Allgemein wollen sie schon mehr Geld, die Länder, aber sie hatten eben Angst, dass der Bund ihnen da zu konkret in die Bildung reinregiert, die ja unbestritten eine Ländersache ist. Der Bund dagegen will durchaus Geld geben, aber eben auch sicher gehen, dass dieses Geld für die Bildung auch ausgegeben wird und nicht für irgendwelche Haushaltslöcher in den Ländern. Und so ist das Projekt also im Vermittlungsausschuss gelandet. Da muss man, bevor wir darüber reden, was da jetzt der Kompromiss ist, kurz sagen, was ist der Vermittlungsausschuss? Ja genau, der Vermittlungsausschuss heißt so schön im Bürokratendeutsch der Ausschuss nach Artikel 77 des Grundgesetzes. Das ist ein Gremium zur Vermittlung zwischen Bundestag und Bundesrat. Das ist notwendig, weil der Bundestag Gesetz ja nicht alleine beschließen kann, sondern der Bundesrat wirkt mit, als Vertretung der Länder wirkt der Bundesrat mit an der Gesetzgebung. Da gibt es zum einen Zustimmungsgesetze. In diesem Fall ist tatsächlich ein positives Votum des Bundesrats nötig. Und konsequenterweise können also auch alle beteiligten Gremien, Bundestag, Bundesrat und die Bundesregierung, den Vermittlungsausschuss bei solchen Zustimmungsgesetzen anrufen. Etwas schwächer ist die Mitwirkung des Bundesrats bei Einspruchsgesetzen. Da kann er die Gesetze des Bundestags zwar zunächst mal stoppen, wenn er entsprechend eine Mehrheit gegen das Gesetz zustande bekommt. Das kann der Bundestag dann aber wiederum überstimmen. Und in diesem Fall muss der Bundesrat den Vermittlungsausschuss anrufen, wenn er einen Anspruch erwägt. Das heißt also immer, wenn es da Konflikte gibt, Bundestag hat was beschlossen, im Bundesrat sieht es nicht nach einer Mehrheit aus oder nach einer Mehrheit dagegen aus, dann kommt der Vermittlungsausschuss ins Spiel. Der hat 32 Mitglieder, 16 werden vom Bundesrat gestellt, werden jeweils von den Ländern bestimmt. Jedes Land schickt also einen Mitglied in diesen Vermittlungsausschuss. Und die 16 Mitglieder des Bundestages, die in den Vermittlungsausschuss geschickt werden, die werden vom Bundestag gewählt und zwar nach dem Proporz der Fraktionen. Genau und dieser Kompromiss, der jetzt innerhalb dieses Vermittlungsausschusses offensichtlich ausgehandelt wurde, sieht im Kern drei Sachen vor. A, diese Grundgesetzänderung kommt, die muss sein. Das war ja wie gesagt ein bisschen umstritten. Einige Länder wollten das eigentlich nicht. Die haben gesagt, das können wir anders regeln. Also da scheint der Kompromiss klar zu sein. Doch, das Grundgesetz muss geändert werden, um dem Bund eben Mitsprache oder die Möglichkeit zu geben, auch in Bildung finanziell mitzuwirken. Ja, das stimmt übrigens auch. Das hatten wir in der Lage auch schon mal diskutiert. Die Grundgesetzänderung ist schon eine gute Idee. Das ist schon eine gute Idee. So, das kommt. Dann, und das ist sicherlich ganz zentral, diese 50-50-Klausel, die ist aus dem Entwurf für das neue Gesetz verschwunden. Gott sei Dank kann ich nur sagen. Das sozusagen bei jeder Investition nach dem Digitalpakt, also der Digitalpakt ist ja unbestritten 90-10, aber danach eben jede Investition, an der sich der Bund beteiligt in den Ländern, die muss halt dann ausgehandelt werden, wie viel dann jeder dazu schießt. Das ist sicherlich eine sinnvolle Regelung, würde ich sagen. Und dann gibt es noch so. Dass die gestrichen wird. Dass die gestrichen wird. Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Interessanterweise war diese 50-50-Klausel ja auch erst im Bundestag irgendwie so durch die Hintertür überhaupt in den Entwurf reingekommen. Die stand ja nicht im ursprünglichen Entwurf der Bundesregierung. Das hatten wir auch damals in der Lage besprochen. Und da muss man sagen, das halte ich persönlich wirklich für so eine ganz typische Nacht- und Nebelaktion. Und das hätte auch selbst der Bundestag noch bitter bereut. Denn man hätte ja damit eine unglaubliche, wie soll ich sagen, Selbstbindung eingeführt. Dass man hätte eben überhaupt nicht mehr im Einzelfall entscheiden können, wie man jetzt die Finanzierungsquote festlegt. Und das kann ja bei zukünftigen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern enorm sperren. Das kann ja auch mal sein, dass der Bund einfach sagt, wir würden uns gerne beteiligen, aber nicht mit 50 Prozent. Also insofern muss man sagen, wäre das für die zukünftige Kooperation im Föderalismus ein Riesenhemmschuh gewesen, kann ich wirklich nur sagen, Gott sei Dank, dass das rausgeflogen ist. Und dann gibt es noch ein paar Formulierungsänderungen, würde ich das mal nennen. Die müssen wir jetzt im Einzelnen nicht aufzählen, aber die laufen darauf hinaus, dass es ein bisschen breiter formuliert ist und allgemeiner formuliert ist, woran sich denn der Bund jetzt genau beteiligen kann. Also es ist nicht mehr konkret Personal oder Gebäude, sondern Bildungsinfrastruktur. Und der Witz daran ist eben, dass die Länder, sagen wir mal, da hoffen, dass da Bund dann auch weniger Druck ausüben kann. Wenn da genau steht, wir beteiligen uns am Personal, dann werden sie irgendwann auch mal genau nachfragen, was ist denn jetzt genau mit dem Personal? Und das ist natürlich, wenn da drin steht, wir beteiligen uns an der Bildungsinfrastruktur, dann haben die Länder mehr Möglichkeiten zu sagen, ja, wir haben das Geld für die Bildungsinfrastruktur ausgegeben. Vielleicht nicht fürs Personal, aber dann vielleicht für was anderes. Also unterm Strich würde ich sagen, wenn das denn wirklich so kommt, dann macht der Bund hier die größten Kompromisse. Diese 50-50-Regelung, wie gesagt, ist raus. Und es ist allgemeiner formuliert, was der Bund denn darf. Er hat halt weniger Druckmittel in der Hand. Die Länder gewinnen sicherlich, müssen aber der Grundgesetzänderung zustimmen, was einige nicht wollten. Aber das ist aber ja keine wirkliche Hürde, wenn man ehrlich ist. Ja, genau. Da kommt man schon mit klar. Da kommt man schon mit klar. Ich denke nur, unterm Schluss gewinnen die Schulen. Weil es jetzt tatsächlich, wenn wirklich jetzt diese Einigung da ist, dann kann dieser Pakt beschlossen werden. Der Pakt an sich, also was da wie, wo finanziert wird, der ist ja schon ausgehandelt. Also das ist ja relativ konkret. Jede Schule bekommt da 20.000 oder kann bis zu 20, 25 kriegen, wofür das alles ausgegeben wird. Das ist alles ziemlich ausverhandelt und auch alles relativ unstrittig. Es ging jetzt wirklich nur noch darum, auf welcher Grundlage kann sich der Bund da das Geld rüberschieben. Und dann würde ich sagen, kann es halt endlich, endlich, endlich losgehen. Und man kann nur die Daumen drücken, dass das jetzt geht. Und Grüne und FDP da jetzt nicht noch fundamentale Einwände erheben, weil die Kontrolle des Bundes nicht ganz so groß ist über die Länder. Ja, aber meine Güte, das kann man dann auch im Einzelfall noch klären. Da kann man doch bei dem einzelnen Gesetz, als dass dann tatsächlich die Kofinanzierung des Bundes regelt, kann man dann doch nochmal irgendwelche Kontrollmechanismen oder Ähnliches oder meinetwegen auch gemeinsame Gremien einrichten, wie man das denn im Einzelnen kontrolliert. Und man kann das auch zum Beispiel im Verwaltungsvollzug dann klären. Man kann auch sagen, die Länder müssen dann irgendwie berichten oder weiß der Himmel. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, klar, dass man da jetzt sich nicht total jedes Druckmittel aus der Hand nehmen lassen will, kann ich nachvollziehen. Aber da ist ja nun eine detaillierte Festschreibung im Grundgesetz, mit der ganzen Inflexibilität, die sie mit sich bringt, nicht das einzige Mittel. So, was ich mich halt bei diesen Vermittlungsausschüssen immer frage, ist, sag mal, das wirkt von außen immer wie so ein bisschen, wie so ein, hat auf jeden Fall Mauschelpotenzial, sagen wir es mal. Also das ist von außen sehr schwer zu durchschauen. Ja, ich denke immer, na gewählt ist doch eigentlich der Bundestag. So, und der macht die Gesetze. Und du hast es ja am Anfang auch gesagt, der Bundesrat, der kann halt bei bestimmten Gesetzesvorhaben, die halt die Länder betreffen, mitwirken. Ja, aber dann gibt es halt dann diesen Vermittlungsausschuss und so. Und was dann da rausfällt, ist schwer manchmal vorherzusehen. Und es ist ein intransparentes Verfahren. Und da finde ich es ganz interessant, dass diese Woche das Bundesverfassungsgericht dazu, was eigentlich veröffentlicht hat. Mit der zwei Beschlüsse. Die sich mit dem Thema befassen. Ja, ganz genau. Das Bundesverfassungsgericht hat schon, oder Philipp hat ja gerade diese Kritik am Vermittlungsausschuss schon ein bisschen auf den Punkt gebracht. Die ist auch wahrlich nicht neu. Das ist so ein bisschen intransparent, was da geschieht. Das ist eine Kungelrunde. Das ist ja auch der Sinn und Zweck der Sache. Es sollen ja Kompromisse gefunden werden. Und das kann man eben nicht immer im Lichte der Öffentlichkeit. Da muss man mal hinter verschlossenen Türen miteinander reden, um eben auszuloten, wie könnte eine Einigung aussehen. Das finde ich als solches weniger das Problem. Das große Problem ist aber, dass der Vermittlungsausschuss auch dazu führt, dass es keine klare politische Verantwortung für die Entscheidung mehr gibt, weil ja irgendwie alle mit am Tisch sitzen. Das heißt, man kann dann als Bürgerin, als Bürger über die Wahlentscheidung gar nicht mehr so richtig darauf reagieren. Ich meine, wenn der Vermittlungsausschuss irgendwas ausdealt, alle Parteien mit Ausnahme der AfD haben da irgendwie zugestimmt, wen soll man denn dann noch wählen? Die AfD ja wohl sicher nicht. Aber soll ich dann Grüne wählen oder CDU, wenn ich das falsch finde? Keine Ahnung. Und dahinter steht auch, das muss man immer sehen, im Wissenheitlich eine Kritik an dem Föderalismus, so wie er zurzeit besteht, weil dieser Vermittlungsausschuss mit der Notwendigkeit, ganz viele Parteien an einen Tisch zu bringen, führt natürlich auch zu Minimalkompromissen. Das heißt, der Vermittlungsausschuss ist normalerweise nicht das Gremium, wo die großen weiterführenden Reformen beschlossen werden, sondern eher, wo man sich eben auf so Trippelschritte einigt. Das heißt, da gibt es normalerweise eben auch nicht die großen Schritte nach vorn, den Sprung nach vorn. Und kaum noch echte Reformen ist so eine Kritik. Aber auf der anderen Seite, das, glaube ich, ist keine Kritik, die konkret am Vermittlungsausschuss ansetzen sollte, sondern da ist der Vermittlungsausschuss eher ein Symptom dafür, dass es eben zu viele Bereiche gibt, wo Bund und Länder zusammenwirken. Das ist eben die Mitwirkung des Bundesrats in der Gesetzgebung, ist einfach sehr stark geworden. Was daran liegt, dass der Bund für so vieles zuständig geworden ist. Da gab es eben ganz viele, wie soll ich sagen, Kompetenzverschiebungen von den Ländern auf den Bund. Und im Gegenzug, dann müssen die Länder halt häufig zustimmen. Und das ist so eine Kompetenzvermischung. Die müsste man angehen. Und das hat man mit der Föderalismusreform 2006 ja auch schon mal versucht. Mit einer Worte, diese Kritik ist, glaube ich, nicht fair. Aber Kritik ist fair am Vermittlungsausschuss, was den Punkt angeht, keine klare politische Verantwortung für Entscheidungen. Und das hat das Bundesverfassungsgericht auch schon verschiedentlich auf den Plan gerufen. Und es hat insbesondere darauf hingewiesen, und das hat das jetzt in zwei Beschlüssen aus dem Dezember und Januar, die am 14. Februar bekannt geworden sind, nochmal bekräftigt. Der Vermittlungsausschuss darf eben keine eigenen Gesetzeskompromisse ausarbeiten, die in der parlamentarischen Debatte bisher keine Rolle spielten. Der letzte Halbsatz ist wichtig. Ja, Kompromisse ja. Aber die müssen sich quasi innerhalb der Leitplanken dessen halten, was quasi vorher schon im parlamentarischen Raum, also im Bundestag, der Diskurs war. Änderungen, Streichungen und Ergänzungen müssen im Rahmen des üblichen Gesetzgebungsverfahrens bleiben. Das ist die zentrale Forderung des Bundesverfassungsgerichts. Und wie gesagt, das ist jetzt gerade mit zwei Entscheidungen bekräftigt worden, die diese Woche bekannt geworden sind. Im Detail geht es um Änderungen des Biersteuergesetzes aus dem Jahr 2004 und des Einkommensteuergesetzes aus dem Jahr 1999. Also ewig alte Verfahren, fast 20 Jahre ist das alles schon her. Und da wird jetzt sich auch, diese waren zwar verfassungswidrig, diese Änderungen, ja, da ändert sich aber trotzdem nichts, weil die im Grunde längst vollzogen sind. Ja, das heißt also, da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt fast so ein bisschen Rechtsgeschichte betrieben. Aber wir greifen das bei dieser Gelegenheit nochmal auf, weil es eben so schön passt zu diesen Verhandlungen um den Digitalpakt. Die Kerngedanken der Entscheidung, und das kann man sich, glaube ich, merken, oder der beiden Entscheidungen, die Kompetenzverteilung im Verhältnis zwischen den Gesetzgebungsorganen weist dem Bundestag die entscheidende Funktion zu. Also nicht dem Bundesrat, schon mal gar nicht im Vermittlungsausschuss. Der Bundestag ist der zentrale Plan. Das steht im Grundgesetz eben so drin. Die Bundesgesetze werden vom Bundestag beschlossen. Der Bundesrat ist demgegenüber auf die Mitwirkung beschränkt. Und Bundestag gibt quasi die Richtung vor. Der Bundesrat kann da irgendwie so ein bisschen mitspielen. Die Länder sollen repräsentiert sein. Aber der zentrale Player ist der Bundestag. Und das führt dazu eben, dass der Vermittlungsvorschlag inhaltlich und formal an das gebunden ist, was der Bundestag vorgegeben hat. Ja, und hat das jetzt irgendwie, wenn man das jetzt mal auf diesen Digitalpakt ummünzt, entspricht das dem? Ja, absolut. Das ist genau, das ist die spannende Frage in diesem konkreten Fall. Und deswegen war es so wichtig, schon mal zu erwähnen, dass diese 50-50-Klausel nun erst im Bundestag überhaupt reingekommen ist. Denn deswegen würde ich, also ich kenne die Dokumente nicht im letzten Detail. Also ich muss ein bisschen vorsichtig formulieren. Aber so wie ich dieses Gesetzgebungsverfahren wahrnehme, ist das ein Musterbeispiel dafür, dass der Vermittlungsausschuss sich im Rahmen dieser Kompetenzen hält. Weil eben der Gesetzentwurf ursprünglich eine Grundgesetzänderung vorsah ohne die 50-50-Regel. Und dann hat der Bundestag das irgendwie in der Nachtsitzung reinkorrigiert. Oder Nacht weiß ich nicht. Aber jedenfalls im Bundestag ist das irgendwie reingeredigiert worden in irgendeine Ausschussberatung. Und der Vermittlungsausschuss kippt jetzt also was und bestellt damit im Grunde den Zustand in diesem Punkt jedenfalls wieder her, den das Gesetz schon mal hatte, als es in den Bundestag kam. Und da würde ich sagen, nach den Maßstäben aus Karlsruhe, ja, das hält sich im Rahmen der Diskussionen, wie sie im Bundestag stattgefunden haben. Deswegen denke ich, dass dieses Vermittlungsergebnis den Vorgabenstand hält. Okay, wie gesagt, das ist noch nicht richtig in trockenen Tüchern, aber es deutet doch einiges darauf hin, dass da eine Lösung gefunden wird, die dann endlich dazu führt, dass deutsche Schulen auch mal ins Inerleit kommen. Genau, also letzter Gedanke dazu, um diese Bedeutung des Bundestags und die, wie soll ich sagen, begrenzte Kompetenz des Vermittlungsausschusses zeigt sich auch daran, dass dieses Ergebnis jetzt noch mal durch beide Kammern muss. Also das Vermittlungsergebnis muss jetzt noch mal vom Bundestag beschlossen werden und zwar sogar mit Zweidrittelmehrheit, weil Grundgesetzänderung, genau, und dann geht es in den Bundesrat und muss auch dort wieder mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Der Vermittlungsausschuss hat jetzt einen Deal gefunden, aber der hat keine eigene Macht, sondern das ist jetzt ein Vorschlag, der noch mal durch beide Parlamente muss. Deswegen ist es auch nicht ganz unwichtig, was die Grünen und die FDP dazu denken, weil die natürlich im Zweifel zustimmen müssen im Bundestag. So ist es. Also die haben schon noch Redebedarf angemeldet, aber wir sind da optimistisch, dass das schon noch funktioniert. Wir haben aus der Zombie-Ecke Aus der Zombie-Ecke haben wir hier ein bisschen eine neue Meldung. Wir haben wieder ein kleines Brexit-Update, das glaube ich müssen wir machen, wo wir doch froh und munter Richtung Brexit segeln und jeden Tag wir dem Event ein bisschen näher kommen und ich habe diese Woche deshalb noch mal telefoniert mit Vera. Mit Vera. Die hatten wir im Interview. Die hatten wir im Hop-Haus. Im Hop-Haus. Die hatten wir im Hops-Haus, die hatten wir im Interview und ich habe sie mal gefragt, also sinngemäß, ich habe, wie gesagt, wollte mal hören, wie es so läuft und da haben sie mal gefragt, ja, bei Ihnen müsste doch jetzt die Bude brennen, ja, also da ist doch jetzt der Vertrag und es wird immer weniger Zeit und die Frage ist doch völlig offen, was jetzt passiert und so. Was machen Sie denn jetzt alle im Parlament? Was sind da für eine Stimmung? Wie jetzt? Wir sitzen hier alle rum. Philipp sitzt hier und guckt in große Gegend. Wir sitzen hier rum. Wie jetzt? Die Hütte brennt, der Brexit-Naht. Genau, aber im Kern, sagt sie, warnten alle darauf, dass Theresa May aus Brüssel kommt und sagt, ja, hier, das habe ich nachverhandelt, hier ist der Deal, könnt ihr mal euch angucken, könnt ihr mal darüber abstimmen. Ja, aber der Punkt ist doch, Brüssel sagt, unisono immer, es wird hier gar nichts nachverhandelt, kein Komma und kein Strich, hier wird gar nichts geändert. Ihr habt einen Deal. Ihr habt einen Brexit-Deal, den könnt ihr annehmen oder auch nicht. So, und wir sitzen also da rum und warten, dass was passiert. Jetzt hat Theresa May nochmal gesagt, ja, ich weiß, ich hätte jetzt eigentlich hier den neu verhandelten Vertrag vorlegen sollen, den Deal, gib mir nochmal ein bisschen Zeit. Ja, wenn sie eins nicht haben, die Briten, dann ist es Zeit, ne, der 29. März ist der 29. März. So, hat das Parlament dann auch gesagt, nee, geben wir den nicht, aber das war nicht bindend. Für ein bisschen, für ein bisschen Aufregung hat natürlich gesorgt, dass der britische Chef und der Händler in der Bar saß und von einem ITV, also so einem Fernsehreporter, sagen wir mal, nicht belauscht wurde, sondern er hat angeblich so laut gesprochen, dass man da gar nicht so nah ran musste, um das zu hören. Er hat auch nicht wortwörtlich alles mitgehört, aber er hat so schon den Kern mitgehört und danach hat er sozusagen die Strategie von May, also ihr Chefunterhändler hat sozusagen die Strategie von May so dargelegt, so nach dem Motto, wir lassen uns hier mal Zeit, ja, wir lassen das schön auf den 29. zurollen und am Ende, kurz vor Brexit, präsentieren wir halt dem Parlament sozusagen, entweder hier ist ein Deal, der ist ein bisschen überarbeitet, aber im Kern noch genauso, wie ihr ihn schon kanntet, ja, oder wir machen es halt, wir können halt verlängern, ihr könnt halt für eine Verlängerung der Frist stimmen. Ja, aber das Problem ist doch, also wir sind ja in der etwas skurrilen Lage, dass Großbritannien jetzt im Prinzip nur noch zwei Handlungsoptionen hat, nämlich das eine ist eine Verlängerung beantragen in Brüssel, die müsste aber eine Mehrheit finden in allen anderen EU-Staaten, not likely, das passiert halt nur dann, wenn es eine konkrete Perspektive gibt für ein neues Referendum, sonst nicht. Deswegen wird es keine Verlängerung geben und deswegen wird das Parlament dann im Zweifel, so ist die Strategie zumindest, kurz noch die zweite Option, also es gibt im Grunde ja zwei Optionen oder eigentlich sogar drei, es gibt die, man stimmt doch noch diesem Brexit-Deal zu, was man aber schon zweimal abgelehnt hat, man könnte versuchen, in Brüssel eine Verlängerung hinzubekommen, das kriegt man aber nur, wenn das dem Ziel dient, ein Referendum herbeizuführen und die dritte Möglichkeit ist, das Parlament könnte natürlich den Brexit einfach stoppen, da haben wir ja schon darauf hingewiesen, es gibt im britischen Verfassungsrecht diese Möglichkeit mit einem sogenannten Appeal to the Queen, heißt das glaube ich, quasi an der Regierung vorbei, einen Beschluss zu fassen, die Queen zu bitten, eine bestimmte Entscheidung ihrer Regierung aufzuerlegen, das würde bedeuten, dass das Parlament an der Regierung vorbei den Brexit auch stoppen könnte, den müsste dann zwar die Regierung formell in Brüssel anmelden, das ist wiederum das europäische Verfassungsrecht, aber das Parlament kann also auch ohne die Zustimmung von Theresa May erzwingen, dass der Brexit gestoppt wird und da ist halt so ein bisschen die Frage, wenn man da jetzt so einen Stress herbeiführt, wenn man also ganz bewusst den Druck auf dem Kessel steigert, so wie das ja dieser Unterhändler anscheinend in der Kneipe da berichtet hat, so verhalten sie sich ja auch, es plausibel finde ich. Genau, sagt auch Hopp House, sagt auch, dass wir alle haben das Gefühl, wir werden hier hingehalten und der Druck wächst im Wächsten. Genau, und am Ende sollen wir halt eine Woche vorher irgendwie eine Entscheidung fällen. Ja genau, und das könnte halt auch nach hinten losgehen, das könnte halt eben genauso gut sein, dass im Unterhaus sich dann eine Mehrheit findet, das ist hier so ein Chaos, wir stoppen den ganzen Zirkus. Das wäre natürlich, wie soll ich sagen, die absolut lächerliche Reaktion in gewisser Weise, aber auf der anderen Seite auch wiederum sehr konsequent. Da schauen halt viele vor zurück, weil sie sich halt an dieses Referendum gebunden fühlen. Ja, aber auf der anderen Seite bedeutet, ein Stopp dieses Brexit-Prozesses ja nicht, dass man nicht das Volk nochmal befragen muss oder kann. Also es geht ja jetzt vor allem darum, dass dieser Brexit gerade ganz offensichtlich nicht funktioniert, wenn man noch nicht mal einen Brexit-Deal hinbekommt und weil es eine deutliche Mehrheit gibt, gibt ja gegen einen Brexit ohne irgendeinen Deal, dann müsste man doch einfach sagen, man stoppt diesen Prozess und legt dann den Brexit-Deal mit all seinen Schwächen der Bevölkerung wieder vor. Denn das ist doch das Problem, die Leute haben sich doch was vorgemacht bei der Abstimmung. Jetzt war ja immer so ein bisschen die Frage, ja, also die EU hat gesagt, sie will nicht diesen Deal nochmal verhandeln. Woher kommt denn, nimmt denn eigentlich May den Glauben, dass sie das nochmal verhandeln? Woher sozusagen soll der Druck kommen, auf die EU nochmal zu verhandeln? Und da war jetzt das Argument immer, was ist denn eigentlich mit Irland? Der Grund, warum die EU doch so viel Wert auf diesen sogenannten Backstop legt und der wiederum bei den Brexiteers in London so auf so viel Hass hervorruft. Der einzige Grund da ist, dass die EU auf jeden Fall eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland bei einem möglichen Brexit verhindern will. So, jetzt ist das Argument von May, aber naja, wenn ihr den Vertrag nicht ändert und wir dem nicht zustimmen und ein harter Brexit kommt, dann habt ihr diese Grenze zwischen Nordirland und Irland auf jeden Fall und zwar sofort. Das stimmt, das muss man sagen. Also insofern hat in gewisser Hinsicht auch durchaus Theresa May ein Druckmittel in der Hand. Es sei denn, ihr eigenes Parlament nimmt den Druck eben vom Kessel, indem es den ganzen Brexit stoppt. Das ist im Grunde die spannende Frage. Der Druck steigt auf alle Beteiligten. Alle werden auch sichtlich nervös. Wobei mein persönlicher Eindruck ist, dass man in London deutlich nervöser ist als in Brüssel. In Brüssel, glaube ich, sieht man das vergleichsweise cool. Wenn natürlich diese Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland unbedingt vermieden werden muss, dann gibt es natürlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder muss die kommen zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs. Passiert natürlich nicht ohne Verträge. Oder Irland muss aus dem Binnenmarkt ausgeschlossen werden. Das ist die andere Option. Für die EU beides nicht toll. Möglich. Und wie man so hört, gibt es auch schon da in Brüssel einige Krisenpläne, wie man mit den Iren mal ein ernstes Wort reden muss. Da muss man dann irgendwelche Kompensationen natürlich finden. Aber das scheint jetzt jedenfalls ernsthaft diskutiert zu werden. Das sind natürlich Dinge, die auch in Brüssel für einiges Kopfzerbrechen sorgen. Auf der anderen Seite muss man sagen, gibt es sehr viele gute Gründe dafür, warum die eigentliche Panik langsam aber sicher in London um sich greift. Nämlich das nächste große Problem neben Irland sind die sogenannten Handelsverträge. Da waren Sie ja ganz optimistisch. Also das sind sozusagen ja, also man muss ja wissen, die EU hat jede Menge Handelsverträge. mit anderen Staaten. Und zwar Hunderte. Hunderte, ja. Die alles mögliche regeln, Zölle etc. pp. Und nach denen halt der Handel zwischen der EU und diesen Staaten und diesen Regionen abläuft. Und diese Handelsverträge, die gelten natürlich nicht mehr für das Vereinigte Königreich in dem Moment, in dem sie halt austreten. Und das Kalkül war immer oder das Versprechen war immer, ja, ja, wir sind so eine wichtige Handelsnation. Wir verhandeln mit diesen ganzen Staaten diese Handelsverträge neu. So mehr oder weniger identisch, wie sie jetzt mit der EU verhandelt sind. Und dann wird sich da eigentlich nichts ändern. Das war sozusagen das Kalkül. Das war so die Idee. Turns out, war nicht so leicht. Doesn't happen. Muss man ganz deutlich sagen. Also um das nochmal so ein bisschen mit Zahlen zu unterfitteln, Das UK verliert rund 40 Freihandelsverträge. Das sind also quasi pauschale Verträge, wo mit bestimmten Ländern zollfreier Handel oder jedenfalls sehr günstiger Handel vereinbart wird. Meistens geht es darum, wirklich zollfrei Waren austauschen zu können. Und daneben gibt es aber eben mehrere hunderte einzelner Handelsabkommen, die bestimmte Themengebiete abdecken, also bestimmte Waren zum Beispiel. Und das betrifft vor allem den Handel mit den rund 60 Nicht-EU-Staaten, mit denen das Vereinigte Königreich circa 15 Prozent seines Handels abwickelt. Der Rest ist EU. Der Rest ist EU. Und was da passiert, ist völlig unklar. No-Deal-Brexit bedeutet genau dasselbe, keine Handelsabkommen mehr. Vielleicht gibt es aber auch noch ein Deal. Wir werden sehen. Und der Spiegel berichtet nun, dass die Briten bei den Nachverhandlungen, also bei dem Versuch, diese hunderte von Abkommen zu ersetzen, krachend gescheitert sind. Das belegt einen Schriftwechsel zwischen der britischen Regierung und der EU-Kommission. Bei Martin Selmayer ist in Brüssel ein Brief angekommen. Und daraus ergibt sich, dass es UK geschafft hat, bisher gerade vier Verträge, vier von den 40 Freihandelsverträgen, die die EU hat, vier neu zu verhandeln, nämlich mit der Schweiz, mit Chile, das mögen noch relevante Handelspartner sein, dann mit dem Ost- und südafrikanischen Handelsverband ESA und mit den Fähröhr-Inseln. Auch nicht schlecht. Irgendwo im Nordatlantik. Und ein weiteres soll fast fertig sein. Da geht es vermutlich im Wesentlichen um Rum und Zigarren, nämlich mit der Karibik-Union Cariforo. Und wenn man von diesen vier bis fünf Verträgen absieht, gibt es noch 21 kleinere Verträge zu einzelnen Fragen. Da hat man sich mit Australien über Regelungen zum Weinhandel geeinigt und mit den USA und Kanada über den Luftverkehr. Nicht in Sicht allerdings sind Nachfolger für die wichtigen Handelsabkommen, wo es um richtig viel Geld geht, mit der Türkei, Kanada, Japan, Südkorea und Mexiko zum Beispiel. Und der Grund, warum das so überhaupt nicht klappt, ist, dass diese Drittstaaten natürlich überhaupt kein Interesse daran haben, dem Vereinigten Königreich gute Konditionen einzuräumen. Insofern muss man sagen, war das auch wieder so ein kollektives Besäufnis der Brexit-Befürworter, zu glauben, dass man da irgendwie super Konditionen bekommt. Denn, also zitiert wird im Spiegel jetzt vor allem ein Vertreter Japans und der sagt ganz cool, naja, UK ist kleiner als die EU, daher bei weitem nicht so wichtig, also kriegen sie natürlich auch keine Premium-Konditionen. Die EU ist ein wichtiger Handelspartner, kriegt gute Konditionen, UK ist nicht so wichtig, bekommt keine guten Konditionen. Außerdem verhandelt das UK mit dem Rücken zur Wand, weil das natürlich für die britische Wirtschaft eine Katastrophe wäre, ohne Handelsabkommen Handel treiben zu müssen, steht deswegen unter massivem Druck. Naja, und mit Knarre am Kopf ist auch schlecht verhandelt. Ist auch schlecht. Also, wie gesagt, für mich gerade diese Handelsverträge, die haben mich nochmal daran erinnert, glaube ich, dass es tatsächlich so ist und das zeigen ja auch diese Diskussionen im Parlament, wenn man da mal genau zuhört, dass einfach viele besoffen sind von ihrem alten Großmachtsanspruch und dass es einfach viele noch nicht verknust haben, dass halt das Empire nicht mehr das Empire ist. Das Empire ist Geschichte und die Navy interessiert auch niemanden mehr. Also, das muss man einfach sagen, dass die goldenen Zeiten sind vorbei und das glaube ich auch, das ist einfach ein kollektiver Wahnsinn. Der hat mit der Realität nicht mehr so richtig viel zu tun, der dazu geführt hat, sich überhaupt für diesen Brexit zu entscheiden. Wir haben ja schon mal diese Szenen da aus einer englischen Kneipe geschildert, die mir persönlich so in Erinnerung geblieben sind, wo Brexit-Fans die ganze Zeit irgendwas vom Empire schwafeln und meinen, der Brexit bringt sie einem neuen Empire näher und wenn man jetzt eben diese Verhandlungen über die Handelsabkommen sieht, viele Handelsabkommen lassen sich gar nicht ersetzen und wenn, dann nur zu schlechteren Konditionen als vorher. Mir fällt da eine Sache noch ein, die haben wir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich hatte, das kann man vielleicht ja mal reinschauen, ich hatte mir jetzt überlegt, deswegen hatte ich mit Hopp House auch telefoniert, mal da hinzufahren. Ja, finde ich ja spannend. Also nach London, um mal zu gucken, da mal so ein bisschen rumzuschnüffeln. In dem Parlament, mal gucken, wie da so die Stimmung ist. Da würde mich von euch mal interessieren, habt ihr Ideen, was ich da machen könnte? Also mal abgesehen davon, natürlich jetzt mit verschiedenen Parlamentariern da mal zu reden, das denke ich liegt auf der Hand, aber was wären denn so Sachen, die euch vielleicht interessieren würden, wenn ich da in London bin, wo könnte ich mal, sollte ich mal vorbeigehen, mit wem sollte ich mal reden? Das würde mich mal interessieren. Schreibt das mal in die Kommentare. Ja, das war so eine Idee von mir, jetzt quasi bis zum 29. März, danach wird es ja dann auch nochmal richtig interessant, wenn es wirklich rausfliegt. Aber bis zum 29. März, was könnte man da so machen? Was würde euch interessieren? Ja, finde ich eine super Idee. Vielleicht gibt es ja ein paar Inspirationen und dann würde ich da mal hinfahren. Ich habe Anfang April tatsächlich auch ein Wochenende in London schon gebucht. Da habe ich so eine private Termine am 1. und 2. April-Wochenende. Handelsverträge. Handelsverträge. Genau, so sieht es aus, wie mein kleines Königreich. Unser nächstes Thema wurde von vielen Hörern und Hörern auch gewünscht, sozusagen wurden wir immer darauf angesprochen. Es geht um die Reform des Urheberrechts auf europäischer Ebene, um die, wie es so heißt, Anpassung ans digitale Zeitalter. Da hat es seit langer, langer Zeit Verhandlungen gegeben. Wir haben da auch schon mal Interviews zu gemacht. Wir hatten das ja auch thematisiert. In dieser Woche, Mittwochnacht, Ulf glaube ich war es, hat es jetzt eine wesentliche Einigung gegeben, einen Kompromiss. Es ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern die neue Richtlinie, aber doch fast. Und das ist für uns jetzt Anlass, in dieser Woche da mal drauf zu schauen. Und es geht bei dieser Reform, bei dieser neuen Richtlinie, um im Kern zwei strittige Themen. Ja, genau. Zum einen das sogenannte Leistungsschutzrecht und zum anderen um die sogenannten Upload-Filter. Das erste, das Leistungsschutzrecht, bedeutet, dass Presseverlager ein exklusives Recht bekommen sollen, auf ihre eigenen Inhalte zu verlinken. Das heißt, wer einen Link setzen möchte und ein kurzes Zitat bringen möchte zu einem Presseartikel, der soll in Zukunft dafür eine Lizenz erwerben müssen von Presseverlagen. Das ist das sogenannte Leistungsschutzrecht. Zu Details kommen wir gleich. Und die zweite Frage ist, inwieweit Plattformen im Internet dafür verantwortlich gemacht werden können, dass Inhalte, die auf ihren Plattformen geteilt werden, nicht gegen das Urheberrecht verstoßen. Da sieht diese Einigung jetzt eine ganze Reihe von Voraussetzungen vor, die Plattformen einhalten müssen. Also Plattformen wie zum Beispiel Facebook oder auch Google. Und wenn sie die nicht einhalten, dann drohen ihnen möglicherweise harte Folgen. Und zu diesen Komplexen wollen wir uns heute Morgen unterhalten mit Julia Reda. Sie ist Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Mitglied der Piratenpartei ursprünglich. Ich weiß nicht, ob sie es noch ist, auf jeden Fall gewesen. Gehört aber zur parlamentarischen Gruppe der Grünen im Europaparlament. Hallo Julia. Hallo, ich bin immer noch in der Piratenpartei. Hallo. Ja, schön, dass du heute Zeit hattest für die Lage der Nation. Zunächst mal zum Stand der Verhandlungen. Es heißt jetzt immer so schön, es ist eine Einigung erzielt worden im sogenannten Trilog. Was bedeutet denn das eigentlich und was sind dann die nächsten Verfahrensschritte? Also damit so eine europäische Richtlinie in Kraft treten kann, muss sowohl das Europaparlament zustimmen, als auch eine qualifizierte Mehrheit der Regierungen im Rat. Also das heißt, der Trilog ist im Prinzip die Verhandlung, die diesen Abstimmungen in den beiden Kammern vorausgeht, wo man sich versucht, auf einen gemeinsamen Text zu einigen. Weil beide, Parlament und Rat müssen ja über dasselbe abstimmen. Diese Einigung hat relativ lange gedauert. Also die ursprüngliche Position des Parlaments wurde im September verabschiedet. Das hat auch einen großen Aufschrei gegeben in der Netzgemeinde. Dann gab es im Rat lange Zeit noch Diskussionen. Und jetzt seit Mittwochnacht gibt es eben dieses Trilogergebnis. Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also Artikel 13, Artikel 11, die Uploadfilter und das Leistungsschutzrecht sind noch nicht beschlossene Sache. Aber es ist jetzt wirklich fünf vor zwölf, weil es nur noch eine Endabstimmung geben wird im Parlament, voraussichtlich im April, wo man das Ganze noch stoppen kann. Fangen wir mal mit dem Leistungsschutzrecht an, mit diesem Artikel 11. Also so wie ich das verstanden habe, das Prinzip Leistungsschutzrecht gibt es ja jetzt auch seit ein paar Jahren schon in Deutschland. Es ist so, dass es im Kern darauf abzielt, dass Aggregatoren wie zum Beispiel Google News, aber auch so Apps wie Nuzzle oder so nur noch sehr, sehr limitiert einfach so auf Presseartikel im Internet von den Verlagen verlinken dürfen. Es soll erlaubt sein für nicht kommerzielle Zwecke. Es soll erlaubt sein, auch einzelne Worte zu verlinken. Auch ganz kurze Snippets sozusagen soll erlaubt sein. Aber wenn es um mehr geht, um kleine Anreißer, Texte etc. aus Artikeln dieser Verlage, dann wollen die Verlage dafür eine Lizenz vergeben müssen. Also das soll nur noch erlaubt sein für Aggregatoren wie Google, wenn sie eine Lizenz dieser Verlage haben und dafür dann auch zahlen, wenn sie diese Lizenz nicht haben, sollen diese Verlinkungen aller Google News nicht mehr möglich sein. Was ist in deinen Augen daran das Problem? Also ich glaube, das Hauptproblem ist, dass auch heute schon eigentlich die Verlage komplette Kontrolle darüber haben, was für Anreißer-Texte verwendet werden. Die stellen massenweise Social-Media-Experten und Search-Engine-Optimizers und so weiter ein, damit ihre Anreißer-Texte auf sozialen Netzwerken und so weiter möglichst attraktiv aussehen. Und dann gehen sie zur Politik und sagen, uns schadet das eigentlich, wenn man diese Anreißer-Texte verlinken darf. Die Leute klicken da nicht mehr drauf und deshalb brauchen wir da jetzt eine gesetzliche Regelung. Das ist empirisch eigentlich totaler Quatsch. Also es gibt Studien, die zeigen, dass die User sehr viel eher auf einen Link klicken, wenn sie sehen können, was dahinter ist. Also wenn es einen Anreißer-Text gibt, vielleicht noch ein kleines Bild und dass das Ganze also eigentlich im Interesse der Verleger ist. Wir haben gesehen, dass in Deutschland das Leistungsschutzrecht deshalb auch vollständig gescheitert ist. Google hat auf die Anreißer-Texte verzichtet und auch auf die kleinen Bilder und nur noch die Überschrift von Artikeln angezeigt bei den Verlagen, die auf das Leistungsschutzrecht gepocht haben. Das Ergebnis war, dass einfach weniger Leute draufgeklickt haben und letzten Endes haben dann auch alle Verlage Google eine Gratis-Lizenz gegeben, dass sie die Anreißer doch verwenden dürfen. Das Ende vom Lied war, dass Google dadurch einen Vorteil hatte, denn die kleinen Suchmaschinen, die nicht so viele Besucher auf die Verlagswebseiten bringen, die haben natürlich keine Gratis-Lizenz bekommen und deren Angebote sind jetzt deshalb weniger attraktiv, weil die eben diese Anreißer nicht verwenden können. Das europäische Leistungsschutzrecht geht da auch noch einen Schritt drüber hinaus, denn es gilt leider nicht nur für Suchmaschinen und Nachrichtenaggregatoren, sondern für alle Online-Dienste, das heißt auch für Blogs oder für die Wikipedia. Und um das nochmal so ein bisschen vielleicht konkret zu machen, wir haben ja bei der Lage der Nation auf unserer Website die sogenannten Shownotes, das heißt also alle Links zu Artikeln, die wir bei uns verwenden, findet man bei uns wieder. Da sind jeweils die kompletten Titel dieser Seiten verlinkt oder zitiert und dann die Links auf die Seiten. Und das verschicken wir ja auch als Newsletter. Und wie man weiß, ist die Lage der Nation in gewisser Hinsicht natürlich auch kommerziell, weil wir ja Spenden einnehmen und manchmal auch Werbungsschall. Mit anderen Worten, würdest du denken, dass wir unsere Shownotes oder unsere Newsletter ändern müssten, wenn das so gesetzt wird? Vermutlich schon. Also das kommt dann ein bisschen auf die Interpretation der Gerichte an, was genau ein kleinster Textausschnitt ist. Also wenn es nur die Überschrift ist, dann könntet ihr Glück haben, dass das weiterhin erlaubt ist. Aber wenn ihr zum Beispiel ein oder zwei zusätzliche Sätze aus dem Artikel nehmt, dann ist es wahrscheinlich nicht in Ordnung. Es gibt in Deutschland immer noch das Zitatrecht, das auch auf das Leistungsschutzrecht anwendbar ist. Aber zitieren darf man in Deutschland nur, wenn man sich mit dem Inhalt kritisch auseinandersetzt. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich weiß nicht, ein Journalist hat in dem Artikel Folgendes geschrieben und das ist falsch aus folgenden Gründen, dann darf man zitieren. Aber wenn es einfach eine Liste von Verweisen ist zu weiterführenden Informationen, dann ist das in Deutschland nicht vom Zitatrecht abgedeckt und wäre dementsprechend eine Verletzung des Leistungsschutzrechts. Also kann schon sein, dass ihr da dann was ändern müsst. Ja und vor allem das Zitatrecht ist, wie du ja richtig sagtest, Julia, ein Tabletstand des deutschen Rechts und das Europarecht geht ja vor. Das heißt also, wenn man müsste dann das deutsche Zitatrecht ja im Lichte dieser europäischen Regulierung umsetzen und im Zweifel wäre dann das deutsche Zitatrecht eingeschränkt, weil die Richtlinie kann man ja nicht ändern durch deutsches Umsetzungsrecht. Also es gibt ja auch noch ein Argument, das hast du im Prinzip auch schon angerissen, dass die Verlage eigentlich sehr große Kontrolle darüber haben, was News-Aggregatoren wie Google News in ihrer Vorschau anzeigen. Sie können das A komplett unterbinden, sie können auch unterbinden, dass eben so Teaser-Texte angezeigt werden, die schon einen recht genauen Aufschluss darüber geben, was in dem Text stehen wird. Jetzt ist es aber so, ich glaube seit 2013 oder was gilt das in Deutschland, ich habe gerade bei der VG Media nochmal nachgefragt, also dieser Vereinigung, dieser Organisation, die diese Lizenzgebühren für die Verlage eintreibt, die haben noch keinen aktuellen Geschäftsbericht für das Jahr 2018, aber für die bisherigen Jahre weiß man, dass die Kosten für die Verlage über knapp acht Millionen Euro gelegen haben, um, sagen wir mal für Anwaltskosten, um dieses Recht durchzusetzen, die Einnahmen dagegen gegen null gehen. Und jetzt könnte man sagen, das wirkt nicht, es funktioniert nicht im Sinne der Verleger, aber dieses Albtraum-Szenario, was viele aus der Netzgemeinde gezeichnet haben, als das deutsche Leistungsschutzrecht beschlossen wurde, nämlich, dass Blocks abgemahnt werden, dass nicht mehr verlinkt werden darf, dass es eine riesige Unsicherheit gibt, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, dass das Internet kaputt ist, auch das ist nicht eingetreten. Jetzt kann man argumentieren, gut, ein Gesetz, das nicht wirkt, das sollte man nicht verabschieden, aber ist denn dieser Riesenschaden, der prognostiziert wurde, war das nicht auch übertrieben? Und ist das jetzt nicht auch übertrieben, diese Furcht, dass das Internet kaputt geht, weil man nicht mal verlinken kann? Also ich glaube, der Schaden wäre eingetreten, wenn es damals nicht die Warnungen und den Protest gegeben hätte. Denn die erste Version vom Leistungsschutzrecht, die in Deutschland vorgeschlagen wurde, hatte keine Ausnahme für einzelne Wörter und kleinste Textausschnitte und war auch in anderer Hinsicht wesentlich weitergehend. Also es wird manchmal gesagt, ach, ihr habt umsonst Panik gemacht, das war dann doch nicht so schlimm. Dabei wird aber verkannt, dass es ohne diese öffentliche Kritik überhaupt keine Ausgleichsmaßnahmen in dem Gesetz geben würde. Aber diese Kritik ist doch jetzt im europäischen Entwurf mit aufgenommen. Also es gibt Ausnahmen für Private, es gibt Ausnahmen für einzelne Wörter, es gibt Ausnahmen für ganz kurze Textausschnitte. Eine ganz, ganz wichtige Ausnahme, die es im deutschen Leistungsschutzrecht reingeschafft hat, gibt es hier nicht. Und das ist die, dass es nur für Nachrichtenaggregatoren und Suchmaschinen gilt. Das heißt also vom europäischen Leistungsschutzrecht werden alle Online-Dienste betroffen, also sobald sie auch nur ein Werbebanner oder eine Spendenkampagne haben. Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Beim deutschen Leistungsschutzrecht hat es große Schäden gegeben, aber nur für Webseiten, die Nachrichtenaggregation betreiben. Und davon gibt es halt einfach nicht so viele. Deshalb wissen wir davon nicht so viel. Aber es gibt zum Beispiel Nachrichten-Startups wie Ubermedien oder Rezensionsseiten wie Perlentaucher, die deshalb entweder zumachen mussten oder ihren Dienst komplett ändern mussten. Ich glaube, diese Schäden haben sich in Deutschland in Grenzen gehalten, weil es eben nur für die Nachrichtenaggregatoren galt. Aber genau diese Regelung ist jetzt im europäischen Leistungsschutzrecht nicht enthalten. Was befürchtest du denn so als Abbinder für das Kapitelflight? Was befürchtest du, wenn das jetzt so verabschiedet wird, wie es am Artikel 11 jetzt steht? Wir werden feststellen, dass das Leistungsschutzrecht wieder nicht funktioniert. Die Verlage werden keine zusätzlichen Einnahmen bekommen. Auf der Gegenseite werden aber viele Online-Dienste aufhören, auf diese Nachrichtendexte zu verlinken oder eben Snippets zu verwenden. Und das Problem ist, dass wenn dann einmal dieser Schaden eingetreten ist, es praktisch unmöglich ist, das Ganze wieder rückgängig zu machen. Wir haben schon in Deutschland gesehen, wie schwer das ist. Das Justizministerium weigert sich, seit Jahren eine Evaluierung des Leistungsschutzrechts vorzunehmen, weil sie wissen, dass die negativ ausfallen wird. Auf EU-Ebene ist das noch schwieriger, weil es reicht nicht, dass man zum Beispiel in zehn Jahren die Richtlinie abschaffen würde, denn alle Länder in der EU haben das dann in ihr nationales Recht überführt. Und selbst wenn die Richtlinie weg ist, würde das Leistungsschutzrecht weiter bestehen. Wir kennen das von der Vorratsdatenspeicherung. Vor zehn Jahren mussten alle Länder in der EU die Vorratsdatenspeicherung einführen, weil es dazu eine Richtlinie gab. Diese Richtlinie ist inzwischen vom Europäischen Gerichtshof als grundrechtswidrig abgeschafft worden. Aber das hat nicht automatisch die nationalen Vorratsdatenspeicherungen gelöscht. Und genau das gleiche Problem würden wir hier haben. Also wenn das Leistungsschutzrecht einmal auf EU-Ebene eingeführt ist, dann werden wir es nicht wieder los. Ich frage mich jetzt bei dem, was du sagst, Julia, so ein bisschen, was denn eigentlich die Motivation der Verlage ist. Du hast schon gesagt, gerade Google als der wichtigste News-Aggigrator zum Beispiel hat sich von den Verlagen in Deutschland eine Art Gratis-Lizenz erteilen lassen, weil sie einfach gesagt haben, ist ja lustig, wir sollen Lizenzgebühren dafür zahlen, dass wir auf euch verlinken. Dann verlinken wir einfach nicht mehr auf euch. Okay, könnt ihr euch überlegen, ob das in eurem Interesse ist. Und dann meinten alle Verlage, ach nö, wir würden schon gerne weiter Links von Google bekommen. Deswegen hatte Google dann eben eine Gratis-Lizenz. Du hast auch darauf hingewiesen, dass vor allem kleinere Plattformen im Internet dann eben dieses Verlinken einstellen mussten. Was ist denn jetzt eigentlich das Interesse der Verlage auf europäischer Ebene, so ein Leistungsschutzrecht noch einzuführen? Kannst du da, ich weiß, du bist ja dem gegenüber kritisch eingestellt, aber kannst du quasi aus der Perspektive von Verlagen darin noch einen Sinn erkennen? Was könnte das Kalkül sein? Also aus der Perspektive von Axel Springer, also den ganz großen Verlagen, kann ich den Sinn darin sehen. Er ist allerdings ziemlich hinterhältig. Also wir hatten mal im Parlament eine Anhörung mit einem Anwalt von Axel Springer, der uns dort als unabhängiger Experte verkauft wurde. Und der hat uns erklärt, das Ziel vom Leistungsschutzrecht ist überhaupt nicht damit, Gebühren einzunehmen, sondern dass es einfach weniger Nachrichtenaggregatoren im Netz gibt. Die großen Verlage möchten die Anzahl der Webseiten, auf denen man Nachrichteninhalte finden kann, möglichst verkleinern, damit die Leute direkt auf die Verlagswebseite gehen, also auf die Homepage. Das schadet den kleinen Verlagen, weil die sind vor allen Dingen auf diese Verweise angewiesen. Da gab es mal eine sehr interessante Gegenüberstellung von deutschen Online-Redaktionen, die haben nämlich mal veröffentlicht, wo eigentlich ihre Besucher herkommen. Und da hat man gesehen, bei FAZ, bei der ZEIT, wahrscheinlich auch bei BILD.de kommen die meisten Besucher direkt auf die Homepage, weil das bekannte Namen sind und das geben die Leute dann direkt in ihren Browser ein, wenn sie Nachrichten lesen wollen. Je kleiner der Verlag, desto größer ist der Anteil der Besucher, die über Links von sozialen Netzwerken und Google kommen, weil die sich eben viral verbreiten und selbst nicht so eine starke Marke haben. Das heißt also, wenn es weniger Webseiten gibt, wo verlinkt wird, dann wird die Besucherzahl der kleinen Verlage einbrechen und die Besucherzahl der großen Verlage womöglich nicht. Kommen wir mal zu dem zweiten strittigen Artikel. Das ist der Artikel 13. Da geht es um die Frage, wer darf eigentlich wie Inhalte auf Internetplattformen wie YouTube, kommerzielle Plattformen hochladen und wer muss da kontrollieren und wer ist sozusagen dafür verantwortlich, dass diese Inhalte geltendes Urheberrecht nicht verletzen. Und da gilt, wenn ich das richtig verstanden habe, nach dem Artikel 13 die Regel, dass im Prinzip die Plattformen alles in ihrer Macht stehende unternehmen müssen, und zwar bevor die Inhalte veröffentlicht werden, zu schauen, ob diese geltendes Urheberrecht verletzen. Ausgenommen sind davon nur relativ wenige Plattformen, die sehr enge Kriterien erfüllen müssen. Also was war das nochmal? Weniger als 5 Millionen Nutzer, 10 Millionen Jahresumsatz. Hilf mir mal kurz, Julia. Ja, und die letzte Kriterium, und das ist wahrscheinlich das K.O.-Kriterium, die Plattform muss jünger als drei Jahre alt sein. Genau, also diese drei Kriterien müssen erfüllt sein, damit diese Plattform nicht in die Haftung genommen wird, wenn Leute urheberrechtlich geschütztes Material hochladen und sie das vorher nicht nach den technischen Möglichkeiten überprüft haben. Jetzt steht das Wort Uploadfilter nicht in diesem Artikel, aber ich denke auch viele sind sich durchaus einig, dass diese Anforderung, alles technisch Mögliche zu tun, um Urheberrechtsverletzungen vor der Veröffentlichung zu unterbinden, eigentlich nur heißen kann, dass man Uploadfilter einbaut. Also ja, Filter, die Material bei dem Upload untersuchen, verletzen die jetzt Urheberrechtler oder nicht? Was ist aus deiner Sicht das Problem daran? Also zunächst mal, ja, es ist völlig klar, also die Verhandlungsführer haben aktiv versucht, ihre wahre Absicht zu verschleiern. Ich habe ja an den Verhandlungen teilgenommen und da wurde dann eben vorgeschlagen, ah, hier steht noch Technologien, lass das mal durch Maßnahmen ersetzen und so weiter. Hier steht noch was von Fingerprints, da schreiben wir dann Information. Und so, dass am Ende das Ganze irgendwie so aussieht, als ob das überhaupt nichts mit Uploadfiltern zu tun hat. Aber die Absicht ist völlig klar. Das Problem ist, dass Algorithmen nicht in der Lage sind, zu entscheiden, ob etwas eine Urheberrechtsverletzung ist oder nicht. Die können eigentlich nur einschätzen, ob ein bestimmter Inhalt so aussieht wie ein Inhalt, den sie schon mal gesehen haben und werden den dann entsprechend sperren. Das Problem dabei ist, dass damit alle Maßnahmen im Urheberrecht, die einen Ausgleich für die Nutzer schaffen, wegfallen. Erstens die Schöpfungshöhe. Also urheberrechtlich geschützt ist eben nicht jedes Video oder jeder Text, sondern nur die, die die Schöpfungshöhe erreichen, also die auch originell sind. Das kann ein Algorithmus überhaupt nicht entscheiden. Der schützt dann einfach alles, was bei ihm registriert wurde. Der zweite Punkt sind die Ausnahmen im Urheberrecht, die meistens für die Meinungsfreiheit oder die Bildung und Informationsfreiheit da sind. Zum Beispiel Zitatrecht. Genau, also das kann in der Regel so ein Filter auch nicht einschätzen. Beim Zitatrecht kann er vielleicht noch versuchen, irgendwie ganz kleine Ausschnitte durchzulassen. Aber spätestens zum Beispiel bei der Parodiefreiheit ist das völlig unmöglich. Also solange ein Algorithmus keinen Sinn für Humor entwickelt, wird eine Parodie nicht von einer Urheberrechtsverletzung unterscheiden können. Und der Artikel 13 sagt dann halt, naja, wenn halt zu viel gesperrt wird, dann können sich die User ja beschweren. Und wenn sich rausstellt, dass die Recht hatten, dann wird der Inhalt wieder entsperrt. Aber wie soll man sich das vorstellen? Zum Beispiel bei einem Livestream. Wenn der einmal gesperrt ist, dann ist der Schaden angerichtet. Und es hilft nichts, wenn er dann 24 Stunden später wieder verfügbar ist. Genau, ich würde vielleicht ganz kurz noch mal mit darauf kommen wollen, was sich denn eigentlich konkret ändert, indem man nämlich einfach die mögliche zukünftige Rechtslage mal vergleicht mit der Rechtslage heute. Also zurzeit gilt ja die sogenannte E-Commerce-Richtlinie. Das heißt also, Plattformen wie beispielsweise Facebook sind im Internet nicht dafür verantwortlich, was auf ihrer Plattform passiert. Sofern Nutzer Dinge hochladen und sie nichts davon wissen. Das ist dieses sogenannte Notice-and-Takedown-Verfahren. Wenn ein User irgendwas hochlädt, was möglicherweise problematisch ist, dann müssen die Rechteinhaber sich dagegen beschweren. Und dann muss die Plattform aktiv werden, aber sie muss bislang nicht filtern. Und der Europäische Gerichtshof hat das, glaube ich, im Jahr 2012 auch noch mal bestätigt, dass eben tatsächlich die E-Commerce-Richtlinie genauso auszulegen ist. Keine Vorab-Filterpflicht. Was würde sich denn jetzt konkret ändern für die Arbeitsweise von Plattformen? Was müssten sie tun? Welche Gefahren das mit sich bringt, hast du ja schon geschildert. Aber was müssten sie tun? Wie muss man sich das vorstellen? Zum Beispiel aus der Perspektive eines Nutzers, der was hochladen will auf einer Plattform. Was erlebt der in Zukunft? Also diese neuen Pflichten gelten für alle profitorientierten Plattformen. Das heißt also rein nicht kommerzielle Projekte wie die Wikipedia zum Beispiel werden davon ausgenommen. Aber nehmen wir mal an, man hat ein Diskussionsforum, das von einer Firma betrieben wird, das zum Beispiel irgendwie Werbebanner geschaltet hat. Wenn ich dort zum Beispiel meinen Avatar ändern möchte, also irgendwie ein Bild hochladen, dann müsste der Forenbetreiber verhindern, dass es sich dabei um ein urheberrechtlich geschütztes Bild handelt, wofür ich keine Lizenz habe. Daneben muss er sich auch noch nach bestem, also nach seinen Möglichkeiten bemühen, Lizenzen einzuholen. Und das ist auch ein Teil dieses Artikel 13, der völlig unklar ist. Also es reicht noch nicht mal, Uploadfilter zu verwenden, sondern man muss darüber hinaus auch noch versuchen, von den Rechteinhabern eine Erlaubnis einzuholen. Aber woher soll denn der Forenbetreiber wissen, welches Bild ich dort hochzuladen plane? Also mal angenommen, du hast ein Bild gemalt und mir das per Mail geschickt und ich stelle das dann als meinen Avatar in diesem Forum ein. Der Forenbetreiber müsste wissen, dass ich das nicht gemalt habe, sondern du und müsste sich dann vorher bei dir gemeldet haben und um eine Lizenz gebeten haben. Also völlig absurd. Und darüber hinaus eben soll er verhindern, dass die Inhalte, die ihm von den Rechteinhabern einmal kenntlich gemacht wurden, nochmal hochgeladen werden können. Also das bedeutet, wenn ein Rechteinhaber einmal sagt irgendwie, ich weiß nicht, dieser Text, weiß nicht, ein Gedicht meinetwegen ist meins, bitte verhindere, dass dort hochgeladen wird, das muss er dann filtern. Und es reicht leider nicht, dass man irgendwie dieselbe Datei sperrt, sondern zum Beispiel, also wenn man das Gedicht einmal ausgeschrieben in diesem Forum hat, das müsste gesperrt werden. Allerdings auch, wenn jemand das Gedicht vorliest und dann als Audiodatei hochlädt, müsste auch automatisch erkannt werden. Also um das einfach noch so ein bisschen plastisch zu machen, wieder bezogen auf die Lage. Wir haben ja auch ein Diskussionsforum, wo jede Woche ein, zweihundert Leute Kommentare schreiben. Du meinst die Kommentarspalte. Genau, zu unserer Website. Und das kommt auch relativ häufig vor, dass da Ausschnitte aus Zeitungsbeiträgen publiziert werden oder Ausschnitte aus wissenschaftlichen Journals oder so, die vielleicht noch irgendwas ergänzen. Mit anderen Worten, wir müssten solche Beiträge in Zukunft entweder gleich sperren oder wir müssten irgendwie versuchen zu klären, wer das Urheberrecht hat an diesen Texten, die unsere User da hochladen. Also es steht noch in dem Artikel 13 drin, das gilt nur für Plattformen, wo die User große Mengen von urheberrechtlich geschützten Inhalten hochladen. Also wenn ihr Glück habt, wird vielleicht ein Gericht sagen, naja, hundert, zweihundert Leute, die dort posten, das sind noch keine großen Mengen. Aber letzten Endes, niemand weiß, was große Mengen eigentlich genau sein sollen. Das heißt also, möglicherweise wärt ihr mit eurem Forum noch draußen, weil jetzt 100, 200 User nicht so viele sind. Na, pro Woche immerhin, ne? Na, aber die Kriterien, die wir am Anfang genannt haben, die gelten doch für uns sozusagen. Also das ist die Schwierigkeit bei so einer Richtlinie, die enthält halt viele relativ unbestimmte Begriffe, weil sie eben auch den Mitgliedstaaten die Möglichkeit lassen will, wenn sie das Ganze in ihr nationales Recht überführen, irgendwie das Ganze zu konkretisieren und irgendwie auf ihre Bedürfnisse zuzuschneiden. Aber damit zerstört man natürlich auch jegliche einheitliche Regulierung des Internets in der EU. Also wenn jetzt das eine Land sagt, große Mengen, das sind Millionen von Uploads und das andere sagt, nee, hundert sind schon eine große Menge, dann hat man am Ende absolutes Chaos und verhindert, dass irgendeine Plattform in der EU wachsen kann und sich irgendwie als Konkurrenz gegen die Internetriesen wie Facebook und so weiter durchsetzen kann. Jetzt ist ein Argument, aber es gibt Filter. Und die arbeiten schon seit Jahren. Also Content-ID ist ja sicherlich der bekannteste bei YouTube im Einsatz. Wenn ich jetzt ein YouTube-Video, ein Musikvideo von Katy Perry hochlade, dann wird das nicht so einfach funktionieren, sondern YouTube wird erkennen, das ist ein Werk, was von anderen, sagen wir mal, wo ich eine Lizenz brauche, wo das Urheberrecht bei anderen liegt und wird das nicht veröffentlichen. Warum sticht dieses Argument in deinen Augen nicht? Das funktioniert doch eigentlich soweit ganz gut. Also ich glaube, jeder YouTuber, jeder Creator wird wahrscheinlich sagen, es funktioniert überhaupt nicht, weil man irgendwie regelmäßig von Copyright Strikes hört in Fällen, wo es eigentlich völlig legal ist. Also mal zwei Beispiele, wo das Ganze nicht funktioniert. Das eine Beispiel war, es gibt so eine deutsche feministische Organisation namens Pink Stinks. Die haben ein Musikvideo gemacht selbst gegen Sexismus bei Germany's Next Topmodel. Das war super erfolgreich auf YouTube, hatte irgendwie mehrere hunderttausend Klicks. Und dann wurden die, weil es so erfolgreich war, ins Frühstücksfernsehen bei RTL eingeladen. Und dort wurde das Video gezeigt. Und am nächsten Tag war es bei YouTube gesperrt. Was war passiert? RTL meldet automatisch alle seine Sendungen bei Content-ID an und behauptet einfach, das wäre das geistige Eigentum von RTL sozusagen. Und Content-ID überprüft das überhaupt nicht. Also die gehen einfach davon aus, wenn du denen sagst, ich bin der Rechteinhaber, dann wird das schon stimmen. Und dann mussten sich quasi die eigentlichen Urheberinnen von Pink Stinks bei YouTube beschweren, sagen, nee, das ist unseres. Damit es dann 24 Stunden später wieder freigeschaltet wurde. Aber damit war die Viralität dieses Videos zerstört. Also die sind nie wieder auf die gleichen Klickzahlen gekommen, die sie vor der Sperrung hatten. Und der Schaden war damit angerichtet. Ein anderes Beispiel ist, dass diese Content-ID regelmäßig eben falsch, also Dinge als gleich erkennt, die eigentlich nicht gleich sind. Also so wurde zum Beispiel eine Aufnahme gesperrt von einem klassischen Musikstück, das längst nicht mehr urheberrechtlich geschützt ist, nur weil Sony CDs verkauft, wo dasselbe Stück eben eingespielt wurde. Also solche Fehler passieren alle naselang und das würde noch mehr passieren. Der andere Grund, weshalb dieses Argument in meinen Augen nicht sticht, ist, dass Content-ID eigentlich im Wesentlichen nur Musik erkennt. Also einen ganz kleinen Teilbereich dessen, was urheberrechtlich geschützt ist. Keine Skulpturen, keine Texte, keine Architektur, keinen Software-Code. Und Upload-Filter, die das alles erkennen müssten, wären ungleich komplexer und würden noch viel, viel mehr Fehler machen. Also jetzt vielleicht mal gegengefragt, was ist denn jetzt eigentlich das Problem an der gegenwärtigen Rechtslage? Warum muss es denn überhaupt so eine Vorabfilterpflicht für Plattformen geben? Philipp hat gerade schon gesagt, dass doch dieses Notice-and-Takedown-Verfahren, insbesondere mit technischer Unterstützung, vielleicht eigentlich ganz gut funktioniert. Warum muss es denn da eigentlich eine Reform geben, in dem Sinne, wie sie jetzt in Artikel 13 normiert wurde? Also zu dem Zeitpunkt, als Artikel 13 vorgeschlagen wurde, Anfang 2016 oder Mitte 2016, da hat man bei YouTube noch oft gesehen, dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar. Da gab es noch den berühmten Streit zwischen YouTube und der GEMA. Und YouTube hat eben gesagt, naja, wenn, also entweder ihr akzeptiert das Geld, was wir bezahlen wollen, oder wir blocken halt die Musik. Und inzwischen haben sich GEMA und YouTube außergerichtlich geeinigt. Leider weiß niemand, wie viel YouTube an die GEMA bezahlt. YouTube sagt, das ist geheim, weil die GEMA es geheim halten will. Die GEMA sagt, es ist geheim, weil YouTube es geheim halten will. Aber wir wissen es eben nicht. Aber es ist geheim. Es ist geheim und die GEMA und andere Verwertungsgesellschaften sagen, YouTube zahlt zu wenig. Und die Politik geht davon aus, dass das so ist. Aber beweisen kann es eigentlich niemand, weil wir wissen ja nicht, wie viel YouTube zahlt. Also das Ziel von Artikel 13 ist irgendwie, dass YouTube der Musikindustrie mehr bezahlt. Aber wir wissen eigentlich nicht, wie viel denn angemessen ist in den Augen der Musikindustrie. Also die sagen so viel wie Spotify. Aber das ist natürlich ein völlig hinkender Vergleich, weil Spotify ist halt ein Musik-Streaming-Dienst, wo man jegliche Musik aus dem ganzen Repertoire dieser Labels anhören kann. Völlig andere Nutzungsformen als so eine User-Generated-Content-Plattform. Also letzte Frage, was mich noch interessieren würde, Julia. Du sagtest, es ist fünf vor zwölf. Aber es ist eben auch noch nicht beschlossene Sache. Was können denn jetzt Menschen tun, die diese Reform möglicherweise kritisch sehen? Also ganz wichtig ist, glaube ich, die Abgeordneten jetzt zu kontaktieren. Also das Europaparlament hat bereits im September über eine Variante dieser Richtlinie abgestimmt. Und damals war die Mehrheit für Artikel 13 denkbar knapp. Das war ein weniger als 70-Stimmen-Unterschied. Und damals gab es noch eine echte Ausnahme für alle kleinen Unternehmen, die es jetzt nicht mehr gibt. Also es kann durchaus sein, dass das Ganze im Parlament jetzt nicht mehr mehrheitsfähig ist. Außerdem ist im Mai Europawahl. Und da werden die Abgeordneten wahrscheinlich ganz genau darauf gucken, was die Öffentlichkeit so denkt. Das heißt also, geht auf Wahlkampfveranstaltungen, redet mit euren Abgeordneten, mit euren Kandidierenden, macht denen klar, dass ihr sie nicht wählen werdet, wenn sie den Upload-Filtern und dem Leistungsschutzrecht zustimmen. Es gibt jetzt auch einen Aufruf zu Demonstrationen am 23. März. Der wurde gestartet von einer Online-Petition. Also es gibt eine Petition gegen Upload-Filter, die inzwischen fast fünf Millionen Unterschriften hat. Das ist, glaube ich, die größte Petition zu einem europäischen Thema aller Zeiten. Und die Initiatoren davon rufen eben deutschlandweit oder vielleicht auch europaweit, weiß ich nicht, am 23. März zu Protesten auf. Und die Endabstimmung ist entweder Ende März oder im April. Alles klar. Julia Reda, ganz herzlichen Dank für die Info, ganz herzlichen Dank für die Zeit und alles Gute. Danke, tschüss. Wir haben ein kleines Update zu einem Thema, um das wir uns letzte Woche ja durchaus ausführlicher gekümmert haben. Da ist jetzt aber noch ein Aspekt aufgetaucht, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Es geht um 5G nochmal, um die Frage, welche Firmen dürfen eigentlich Technik liefern für eine kritische Infrastruktur wie das nächste Mobilfunknetz, das ja auch weit, weit, weit in Industriebetriebe reinreichen wird. Dürfen das chinesische Firmen, amerikanische, europäische? Wie verhindert man Spionage? Vor allen Dingen bei den Chinesen, aber auch eben, wir haben es geschildert, bei amerikanischen Unternehmen, bringen da die Beschränkungen auf europäische Unternehmen, bringen da was abhängig, ist man auf jeden Fall von der Technik und wie verhindert man da, dass einfach Betreiber dieser Technik sagen, so, wir schalten euch mal das Netz ab oder einen Teil davon ab, weil wir gerade einen Konflikt haben und unter der Macht, unter dem Einfluss großer, wichtiger Staaten stehen. Und da hat der Spiegel diese Woche jetzt berichtet, dass die Bundesregierung überlegt, das Telekommunikationsgesetz zu ändern, um eben diesen Fragen entgegenzukommen. Das soll kein, das ist bisher, wie gesagt, eine Überlegung, über die der Spiegel berichtet, aus der Koalition, aber dort sei man sich einig, dass es eben kein Lex Huawei geben soll, also kein Gesetz speziell gegen Huawei, den größten Anbieter solcher Technik, einem chinesischen Unternehmen, sondern diese Vorgaben, die da eventuell gemacht werden sollen in dem Gesetz, würden für alle Anbieter gelten. Und der Plan ist, den Paragraf 109 zu ändern, heißt bisher technische Schutzmaßnahmen. Dort soll ein Katalog an Bedingungen eingefügt werden, die halt Unternehmen erfüllen müssen, wenn sie technische Infrastruktur anbieten und beziehungsweise verbauen wollen. Danach müssten die Unternehmen, so der Plan, ihren Quellcode offenlegen, also für die Software, die in diesen Geräten läuft. Sie sollen ihre Hard- und Software zertifizieren lassen, was immer das auch heißt. Und sie sollen noch andere Standards für Netzwerksicherheit erfüllen. Außerdem sollen Anbieter solcher Technik No-Spy-Abkommen beitreten, also Abkommen darüber, die im Wesentlichen sagen, ihr spioniert uns nicht aus, wir spionieren euch nicht aus. Die Frage ist noch so ein bisschen, wie soll denn diese gegenseitige Vertrauenswürdigkeit, sagen wir mal, festgelegt werden? Soll das eine weitere Bedingung in diesem Katalog, in diesem Paragraf 109, in diesem Gesetz sein? Oder gibt es dafür vielleicht eine eigene gesetzliche Regelung? Das sind so die Diskussionen, die gerade laufen. Das, denke ich, sind der Vollständigkeit halber noch Sachen, die wir updaten sollten. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, ehrlich gesagt, was das alles angeht. So ein No-Spy-Abkommen, also so ein Abkommen, ihr klaut uns nicht die Daten und wir klauen euch nicht die Daten. Ich weiß nicht, das ist schwer durchzusetzen und zu kontrollieren, habe ich den Artikel. Ja, das ist vor allem deswegen auch so schwierig, weil die Unternehmen ja häufig überhaupt keine Chance haben, ein solches No-Spy-Abkommen einzuhalten. Also man müsste das dann, wenn zwischen den Staaten schließen, dass also die staatlichen Akteure sich wechselseitig zusichern, dass sie eben ihre etwaigen Einflussmöglichkeiten auf Unternehmen nicht nutzen, um sich auszuspionieren. Das könnte jedenfalls rechtlich funktionieren. Da wäre dann aber das Problem, was du gerade geschildert hast, mit der Kontrollierbarkeit. Wenn man diese No-Spy-Abkommen zwischen Unternehmen und Staaten schließt, also das, keine Ahnung, Huawei oder auch amerikanische Anbieter gegenüber der Bundesregierung versichern, dass sie das nicht machen, da muss man sagen, das wäre das Papier nicht wert, auf dem ein solches Abkommen geschrieben wäre, weil diese Unternehmen ja jeweils nach amerikanischem oder chinesischem Recht gezwungen wären, dort mit dortigen Behörden zu kooperieren. Das heißt, die können das gar nicht einhalten. Entweder würden die jeweiligen Heimatstaaten zusichern, benutzen diese Möglichkeiten nicht oder man kann das völlig vergessen, weil die Unternehmen ihrerseits nach ihrem lokalen Recht gezwungen wären, Deutschland gegebenenfalls auszuspionieren. Das heißt, das ist, glaube ich, Augenwischerei. Und ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, also ich meine, also es schadet sicherlich nicht, mit China so ein No-Spy-Abkommen abzuschließen. Aber erstens klar, mit China, mit Huawei kann man vergessen, mit China ist das sicherlich ein größerer Hub, da weiß ich nicht, ob die sich darauf einlassen und wie vertrauenswürdig das dann ist. Das schadet sicherlich nicht. Nö, schaden tut das nicht. Schade, aber ich glaube nicht, dass das die Antwort auf die Fragen ist, die ich am Anfang skizziert habe. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich glaube, sagen wir mal, den positiven Aspekt und den, finde ich, den man weiterverfolgen soll, ist dieser Ansatz, Quellcode offen zu legen. Ja, das finde ich auch eine spannende Idee. Das finde ich, vor allem aus dem Munde von einem CDU-Mann. Patrick Sensburg. Patrick Sensburg, Geheimdienstfachmann der CDU, bekannt, berühmt, fast als ehemaliger Vorsitzender des NSA-Untersuchungsausschusses. Dort, wenn wir das mal zusammenfassen, wäre ja völlig undifferenziert und blind, was so die Gefahren der Geheimdienste in Deutschland anging oder auch der NSA. Also ich habe, na gut, egal. Und jedenfalls, er jetzt aber sieht hier ein Problem und das finde ich persönlich einfach großartig. Man muss ja auch einfach mal sehen, wenn Politiker einen Erkenntnisfortschritt durchmachen und den dann auch öffentlich machen. Ich finde das wirklich sehr, hat er gesagt, finde ich also wirklich bemerkenswert, dass Herr Sensburg hier ganz offensichtlich dazugelernt hat und sagt, wir brauchen da mehr Transparenz, mehr Kontrolle, jedenfalls bei chinesischen Geschichten. Das muss man jetzt noch auf deutsche Dienste erstrecken, aber jedenfalls bei chinesischer Hardware und Software oder hoffentlich auch bei amerikanischer. Und man muss natürlich sehen, Open Source ist immer gut, weil man das dann besser kontrollieren kann. Auf der anderen Seite ist dann immer noch die Frage, ist das dann auch tatsächlich genau die Software, die auf den Geräten läuft und ist da nicht noch was anderes? Genau, also ich würde bei dem Gut würde ich sagen, ja, Open Source ist immer gut, weil es zumindest die Möglichkeit der Kontrolle eröffnet und hier könnte es sozusagen einen Präzedenzfall kreieren, der halt dazu führt, dass eben nicht nur in dieser Hardware der Quellcode offengelegt wirkt, sondern auch in alle möglichen anderen technischen Einrichtungen, die jetzt installiert werden, die in Zukunft vielleicht installiert werden und vielleicht so einen, sagen wir mal, sich so einen Paradigmenwechsel daraus ergeben könnte, zu sagen, hey, wenn der Staat oder zumindest wenn der Staat Hardware bezahlt, aber wenn er halt auch in kritischen Infrastrukturen eingesetzt werden muss, dann muss die Software, mit der diese Technik betrieben wird, nach dessen Regeln sie sozusagen abläuft, die muss offengelegt werden. So, das ist noch nicht die Antwort auf alle Fragen, aber es gibt zumindest die Möglichkeit, eine bessere Möglichkeit zu gucken, wie funktioniert die Technik eigentlich und wie kontrollieren wir sie. Die andere Frage ist, wird denn dieser Code, der dann offengelegt wird, wirklich dann auch eingebaut in die Technik, die dann am Ende läuft? Genau, das ist immer das Problem, denn du weißt ja nie, also ich habe das, wir haben das ja auch schon mal diskutiert, glaube ich, diese Software, die dann möglicherweise Open Source ist, ist ja vielleicht auch nicht die einzige Software, also man kennt das vielleicht früher von Computern, ja, da gab es halt dann dieses berühmte BIOS, das, was in diesem DOS-Bildschirm quasi lief und das BIOS startet den Computer erstmal und dann erst startet Windows oder was immer da so am Betriebssystem drauf ist und selbst wenn jetzt quasi das Betriebssystem Open Source ist, dann bleibt da ja immer noch so eine Art BIOS in diesen Systemen, das überhaupt erst ermöglicht, irgendwas einzuspielen, was man dann möglicherweise auch gar nicht umprogrammieren kann und wer weiß, was da nun im Einzelnen drinsteckt. Das ist gar nicht so einfach, Computersysteme komplett, das war jetzt also für die Techniker, die sind wahrscheinlich gerade schon wieder hinten runtergefallen, ja, das war jetzt die quasi allgemein verständlich runtergebrochene Variante von, es ist extrem schwer, vertrauenswürdige IT-Systeme zu schaffen. Auf jeden Fall und zumal, wenn man sich anguckt, also wenn man sagt, ja, dann muss halt jedes Gerät, was verkauft und eingebaut wird, muss halt genau untersucht und zertifiziert werden und da kann ich wieder nur sagen, WLAN in Zügen. Das Eisenbahnbundesamt muss genau das machen. Und das führt nur dazu, dass es überhaupt nicht klappt. Dass es null klappt, dass es ewig dauert, das ist super teuer. Zertifizierung ist Bullshit. Also das glaube ich nicht, also aber da haben wir jetzt auch keine Antwort, oder? Also Zertifizierung wird immer wieder in der IT-Sicherheitsdebatte als Lösung genannt und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist leider Gottes in aller Regeln ihr Weg. Das stammt so aus dieser klassischen Staatsgläubigkeit, die in Deutschland in manchen Bereichen eben doch zu weit verbreitet ist und das führt im IT-Bereich einfach nur dazu, dass Dinge teuer werden, lange dauern und veralten. Da muss man immer sehen, die Zertifizierung dauert einfach viel zu lange. Was funktioniert, sind klare Anforderungsprofile, klare Verfahren sicherzustellen, dass die Anforderungen auch eingehalten werden und dann Selbstzertifizierung. Also dass man sagt, es gibt Kriterien und natürlich Sanktionen. Kriterien, die Unternehmen müssen die prüfen, sie müssen transparent machen, wie sie die prüfen, sie müssen sich dann selber zertifizieren. Wir halten diese Kriterien ein und das muss man dann möglicherweise stichprobenartig prüfen und wenn es dann nicht stimmt, sanktionieren. Und zwar hart sanktionieren, dass man also wirklich einen Anreiz hat, diese Selbstzertifizierung ernst zu nehmen, aber jedenfalls da irgendeine Mobilfunk-Sendemast-Prüf-TÜV einzuführen, halte ich für extrem gefährlich. Das funktioniert halt überhaupt nicht. Und ich denke, und der andere Punkt, den Sandsburg ja auch macht, finde ich, den man auch immer noch betonen muss, ist, sagen wir mal, mit all diesen Maßnahmen, das ist ja auch durchgeklungen, wir werden diese Technik nie hundertprozentig sicher kriegen und nie hundertprozentig vermeiden können, dass da irgendjemand irgendwas abzwackt und irgendwas belauscht, sondern wir müssen halt auch da diesen Paradigmenwechsel hinkriegen und das finde ich interessant, dass Sandsburg das sagt, halt Verschlüsselung, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, fordern, verlangen, einbauen, fördern vielleicht auch, ja, dass wir das zur Voraussetzung machen, dass wenn zwei Parteien kommunizieren, dass halt die Kommunikation, die Daten dazwischen von Ende-zu-Ende verschlüsselt sind und nur die beiden Parteien eben reingucken können und dann ist es zum guten Teil auch egal, ob jemand, sagen wir mal, in dem Netzwerk sitzt und diese Datenpakete vielleicht mitschnorchelt, ja. Also man muss halt, das ist wahrscheinlich schon die beste Idee, wobei man sagen muss, dazu kann man natürlich auch als User eine Menge tun, man soll einfach systematisch auf verschlüsselte Dienste setzen, ne. Genau, aber das kann man ja auch fördern, dass bestimmte Stellen einfach nur verschlüsselt kommunizieren dürfen, dass bestimmte Software, die der Staat findet, Immunsteuermittel finanziert, dass da Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einfach vorgeschrieben ist, etc. pp. Also du kannst ja diese, als Anreize setzen und einfach dieses Ökosystem der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung noch weiter verbreiten. Absolut. Ja, das ist sicher eine gute Idee. Oh, das sind so die Sachen, die wir noch loswerden wollten diese Woche. Ich denke, damit ist die Lage der Nation wie immer abschließend und erschöpfend und ausführlicher Art hat. Ausführlich vor allen Dingen. Ausführlich vor allem. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Das war wieder eine Mammutsendung, aber es tut sich so viel auf der Welt. Wir haben schon Sachen verschoben in die nächste Woche, vielleicht auch für den Sankt-Möller-Instag. Wir werden sehen. Wie gesagt, vielen Dank für euer Interesse. Wenn ihr Lust habt, klickt euch eins der letzten Tickets auf lage.live. Vor allem aber abonniert unsere Newsletter lagedernationen.org slash Newsletter. Dann wisst ihr, worauf diese Lage beruht und vielleicht auch, was es nicht in die Sendung geschafft hat. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.